Das ist viel coolere Startmusik. Ich hoffe, dass ihr das jetzt schon gehört habt, das Lied. Aber es ist immer noch chill. Immer noch eine sehr chillige Erfahrung. 10 von 10 Punkten. Wenn ich gerade mal Zeit habe, dann teste ich mal kurz. So, jetzt höre ich mich selber auf den Ohren. Was für einen Robo-Filter hatte ich gestern drin? Test? Ah, hatte ich den? War das meine Robo-Stimme gestern? Das System versagt. Auf Wiedersehen. Hallo Leute. Nicht mit einem Robo-A. Warte. War das hier mit dem Bitch? System wird heruntergefahren. Okay, das war cool. Ja, also weiß ich, welcher Robo-Filter das ist. Ich habe gestern bei Metroid ein bisschen mit rumgeblödelt. Jo, Osef ist auch schon ready. Wo würde Osef landen, wenn ich ihn jetzt herziehe? Ich habe keine Ahnung. Ich hole Osef aber direkt her. Hallo Osef. Moin, moin. Stream ist schon an. Sei gewarnt. Natürlich. Ist das Game denn schon an? Die Far Cry Machine? Ich habe nicht mal Ubisoft Connect gestartet. Oh. Böser Fehler. Böser Fehler. Ich weiß nicht, ob Ubisoft Connect besser... Irgendwo ist es schon besser als Uplay, weil Uplay irgendwie so ein nichtssagender Name war. Ja, aber im Endeffekt klingt Connect irgendwie nach mehr. So ein bisschen wie so ein soziales Netzwerk, so in der Richtung. Ja, ich... Es soll ja... Es heißt ja Ubisoft Connect, weil es halt jetzt so ist, dass es alle Spielstände auf alle Plattformen überträgt, weil die alle connected sind. Und ich glaube, das ist so die Idee hinter dem Namen. Also wenn ich das Spiel halt jetzt hier auf dem PC spiele oder auf der Playstation, dann habe ich denselben Spielstand trotzdem noch. Ja. Das ist ja so das neue Ubisoft-Ding, dass die halt Cross-Safe überall haben, was eigentlich ultra cool ist, was alle machen sollten. Aber ja, Ubisoft Launcher würde ich einfach auch nehmen. Ich muss halt sagen, aber auf der Konsole ist es halt irgendwie ein bisschen... Ein bisschen witzlos ist die Sache, weil ich kenne wenig oder ich kenne niemanden, der den Spiel sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC... Hallo. ...ungefähr spielt. Ja, aber du spielst es ja meistens nur, wenn es quasi so lang exklusiv auf der Konsole draußen ist, oder? Wirklich auf der Konsole. Also Valhalla habe ich, glaube ich, schon auf vielen Plattformen gespielt mittlerweile, weil das Spiel halt einfach so 100 Stunden lang ist. Okay. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ich habe es schon in Stadia ein bisschen gespielt und auf der Playstation habe ich es auch schon kurz gespielt. Aber eigentlich eher auf dem PC die meiste Zeit. Ja, stimmt schon. Stadia habe ich ja auch am PC. Deswegen halt, wenn ich zu Hause bin oder sowas, gehe ich halt eigentlich nur an den PC. Außer halt, dann benutze ich halt manchmal noch ab und an die Switch. Einfach nur, weil es da die Spiele halt nicht für den PC geht. Ja. Das ist ein Argument. Und bei der Switch ist halt noch das Coole. Sowas wie die Stadia Valley oder sowas habe ich auch auf der Switch nochmal gespielt. Das ist die Sache. Einfach, weil man es halt dann auch unterwegs noch spielen kann. Jo. Aber das hat kein Cross-Safe. Wobei es cool wäre. So. Ja, es steht initialisieren. Gerade irgendwie seit zwei Minuten da. Ja, dieses PC. Dieser PC-Dingens-Check. Schreib dich heute mal mit den Titel, damit die Leute nicht mehr verwirrt sind. Mit O-Saft. Oder einfach nur mit mir. Mit O-Bro. Let's go. Ja, irgendwie. Aber heute kann ich was länger, Zombie. Ja, aber was ist, wenn ich abends wieder Metroid spielen will? Dann darfst du Metroid. Nee, darfst du nicht. Weißt du, ich sage einfach nö. Ach man. Ich sitze hier so ein Embargo, weißt du. Nach dem Motto, ja, dann spiele ich halt nie wieder was mit dir. Dann spiele ich es ohne dich durch. Jetzt, wo ich mein Winstreet alleine geholt habe. Mach einen auch so richtig toxic. Ja, Lost in Random habe ich fertig gestreamt auf YouTube. We Kill Zone. Ja, irgendwie initialisiert es nur. Ich habe keinen Fall bei heute. Nice. Ich habe vorhin auf alle Fälle schon meinen Wingsuit geholt. und wollte gerade eigentlich gucken, dass ich einfach nur diese ersten Sachen mir einfach hole, dass ich überall meine Gebäude bauen kann, so ungefähr. Ja. Weil ich dazu ansonsten nie kommen werde. Ja, aber du kriegst ja die Sachen bei mir auch, wenn ich das baue, oder? Ja. Hast du ja alles bekommen. Nee, den Winstreet habe ich ja nicht bekommen. Und diese Klamotten ja auch nicht. Klamotten? Diese Jagdklamotten und diesen Jagdklamotten. Die Jagdklamotten habe ich auch noch nicht. Da muss ich irgendwas für machen, glaube ich. Ach, ich dachte, die kannst du einfach kaufen. Nee, nee, nee. Die waren irgendwie gesperrt. Da muss ich irgendwelche Jagdchallenges oder so ein Schmarrn machen. Ah, okay. Ja gut, ich habe eh nur das eine. Ah, es hat gestartet. Okay. Let's go. Hard Cry 6. Download and play. Äh, nee. Einfach nur play, bitte. So, und dann wechseln wir zum Vollbildweber. Ja. Pay to Synchrosize Achievements. Skip. Ist ja alles gut, wenn hier nur Error-Meldungen heute kommen. Let's fucking go. So, und was ich gesehen hatte, war, es gibt so Ressourcen-Boni, wenn du es wieder lautlos und unentdeckt machst. Ja, also... Das wüsste ich gar nicht. Bisher wurde ich nicht so oft entdeckt, tatsächlich. Ja, ja, ja. Irgendwie habe ich mich immer nur in deinen Krieg eingemischt. Ja, 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 aber jetzt bin ich sie da schuld. Ich glaube, es hackt einfach. Und warum... Ich habe mich gerade nur gewundert, warum du hier ein Frosch bist. Ach so, so ein Chamäleon. Ich habe das eigentlich hier gar nicht gesehen. Aber du hast es gestern auch schon. Ja. Ich habe das Discord so gesehen zweimal offen. Ja, ja, das wusste ich, aber... Ich habe irgendein random Bild aus dem Internet genommen. Nice. Let's go. Äh. Was kommt, wenn ich Shop drücke? Was kann ich kaufen? Als ob das Yara-Punk-Set und Waffen und ein brennendes Pferd... Eine Waffe kannst du dir sogar kaufen, tatsächlich. Ist ja wie bei Assassin's Creed. Hier. Wobei ich es bei Assassin's Creed sogar noch... noch ekliger finde, tatsächlich. Okay. Das finde ich nice, dass man ein Omi-Outfit von Watch Dogs Legion kaufen kann. Das ist nice. Rainbow Six. Alter, ihr-Paket. Ist ja richtig weird. Ah, okay. Und Autos kann man sich holen und sowas, ja. Warum sollte ich mir ein Moped einfach holen? Die stehen auch überall im Spiel rum. Ja, vor allem. Ich habe irgendwie so ein Upgrade mir vorhin geholt, dass ich diese ganzen Außenposten kaufen konnte, ne? Ja. Und bei diesen Außenposten, denen einfach so ultra coole Autos, die kann ich dir gleich auch einfach spawnen, dass du die dann doch direkt da wieder abgibst, so ungefähr. Dann kriegst du die auch. Und das sind dann so irgendwie so ein Hubrauber, der aber richtig, richtig chillig ist. Da gibt es irgendwie so ein Auto, was fliegen kann. Also so zwei Hybridfahrzeuge gibt es irgendwie. Das ist ganz cool. Oh, cool. Ich kann mir Materialien und Geld kostenlos holen. Das wird gegönnt. So. Okay, spielt Vorsitzende. Ja, ich stehe noch da, wo wir aufgehört haben. Da, wo ich gestern in die Luft geflogen bin. Du hast unsere Helikopter kaputt gemacht. Genau. Ja. Komm sofort. Oder kannst du mich wieder einladen? Du hast mich gestern, glaube ich, eingeladen. Ich habe dich gestern eingeladen. Ja. Koop. Achso, das ist das Menü. Ich dachte, das ist irgendein Tutorial und ich habe es weggedrückt. Mit deinem Freund spielen. Ich möchte Captain Roblox invite to game. Ich hatte noch Aim-Hilfe in den Optionen an. Das war auf jeden Fall irgendwie weird. Greift das überhaupt ohne Gamepad? Ich dachte, Aim-Hilfe wäre immer nur Gamepad-Ding. Ich weiß es nicht, aber meine Maus fühlt sich seitdem ein bisschen flüssiger an, seitdem ich es ausgemacht habe. Das ist wieder gut. Irgendwie hat es sich so angefühlt, als hätte die so nachgezogen die ganze Zeit. Aber heute? Das habe ich aber auch. Das Gefühl habe ich aber auch. Okay. Guck mal ganz kurz, ob ich es auch an habe. Unter Gameplay bestimmt, ne? Ja, Ziel-Hilfe. Ein. Ah ja. Nein. Es fühlt sich für dich auch besser an? Es fühlt sich irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach nur so ein Globuli-Effekt ist gerade. Oder? Ja, ich lasse es mal aus für das Feel-Good-Gefühl. So. Wir brauchen ja keine Aim-Hilfe, wir treffen doch eh. Yep. True. Das ist schon cool, dass man von hier, habe ich gestern noch einmal kurz rein. reingeguckt halt, eben wegen den Optionen und so. Ich finde es cool, dass man einfach die ganze Insel von hier aus auch sieht. Wir haben halt ultra den coolen Berg hier. Und jetzt musst du mir dann gleich noch alles zeigen, was du entdeckt hast. Ja, warte, das können wir hier gerade einmal machen. Da muss ich, glaube ich, gleich reinsetzen. So, einmal das. Woher hast du das? Da stand einfach, ich habe einfach diese Upgrades von diesem Wingsuit-Haus gekauft. Weißt du, und dann spawnen seitdem irgendwie an diesen, dann habe ich mir diese Karten geholt für die Außenposten. Und durch die Upgrades spawnen da immer Fahrzeuge. Du musst dich da reinsetzen, glaube ich. Du musst du dich einfach, weil das ja ein Luftfahrzeug ist. Ich scanne es gerade. Ich habe es gescannt. Oh, das hat funktioniert. Okay. Und dann müssen wir noch einmal zu einem, zu einem Flughafen. oder so einem Auto-Punkt. Kannst du einsteigen irgendwie? Ich kann mich schon mit dem Haken dranhängen. Aber es gibt Beifahrersitz. Stopp. Oh. Ich bin tot. Das sieht mir leid. Kann ich dich aufheben? Wo bist du? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war fatal. Einfach nur. So, hier. Okay, der Beifahrer sitzt da aber richtig geil zum, ey. Warte, ich steig nochmal aus. Wo sitzt du denn? Ich habe sogar so eine schöne Fußstütze. Und das Ding fliegt irgendwie sich ultra direkt. Das ist einfach wie so ein... Ich merke schon. Wie so ein Flugtaxi. So eine Drohne. Es gibt zu wenig. Wohin sollen wir? Markieren wir, wo ich hin muss. Ja, am besten irgendwie zu einem Fahrzeugpunkt. Dann kann ich dir nach das andere coole Auto geben, was ich habe. Oder wir gehen halt zur Helikopterabsturzstelle. Weil wir haben ja gerade einen Helikopter. Und dann können wir direkt unsere Quest erledigen. Okay. Ja, ich muss den Helikopter zur Absturzstelle bringen. Ist ja irgendwie gerade markiert. Ja. Dann machen wir da einfach die Quest hier weiter. Da haben wir uns ja mit den Fanboys getroffen. Ja, genau. Von dieser Rentnergang. Ich muss sagen, unser Hubschrauber sieht halt richtig aus, als ob wir richtig viel Lagerplatz hätten. Wir haken das doch einfach unter uns an, oder? Weiß ich. Ja, wir sehen's jetzt, was passiert. Hubschrauber sieht richtig cool aus. Ja. Solltest du auch sagen, mit den zwei Waffen, die er auf dich richtet. Hey, yep. Die können zwar... Wobei, die können schießen. Ich will's mir nicht zeigen. Ich will ein Autogramm. Ich bin meiner Moral. La Moral. Terroristas. Ich weiß, wer das ist. Ich glaube, das Wort, nach dem er sucht war. Guerilla. Ihr seid keine Guerilla. Ihr seid eine Straßenbande. Wenigstens verstecken wir uns nicht in den Bergen, während die Welt untergeht. Habt ihr gesehen, was da unten los ist? Seht euch mal eine Bio-Wiederanlage an. Traut euch. Alle Chisten haben Legenden nichts zu sagen. Me entiende? De nuke, Lorenzo. Nein, weißt du was? Fickt euch. La Moral behält die Vorräte. Das ist unsere Revolution, nicht eure. Ein Bauer ist heute ins Kreuzfeuer geraten. Er hat eine Kugel im Bauch. Ohne das hier wird er nicht bis morgen überleben. Lucky Mama. Viele der Kugeln, die ich raushole, sind von La Moral. Es macht einen Unterschied, ob man mit Waffen spielt oder in der Revolution kämpft. El Tigre. Si. Vorträge halten können sie gut. Wenn die Abuelos in einem Museum leben wollen, meinetwegen. A quien le importa. Aber ich nehme mir ein paar Souvenirs. Lass uns reden, wenn du Zeit hast. Die verstehen sich ja super. Hier. Nimm deine Medizin. So, also jetzt soll ich da unten das upgraden. Äh, das Haus kannst du upgraden. Das war irgendwie aber richtig scheiße. Nach jedem Upgrade wirst du irgendwie zu dem Haus teleportiert. Also zu diesem... Nach links dann wieder teleportiert. Okay. So, war das der Typ, der... Nee. Hier kannst du das upgraden. Der hier. Okay. Hallo. Kannst du mein Verstecknetzwerk upgraden? Oh ja, ich habe ja richtig viel Zeug. Bitte bestätigen sie das. Warum muss ich bestätigen, dass du das upgraden darfst? Einfach. Ich brauche deine Erlaubnis. Wahrscheinlich, weil du auch die Katzsinn kriegst oder so. Ja, aber ich kriege ja auch Katzs, wenn du einfach in eine Quest reinläufst. Du bist da nur reingestürmt und über die geilste... Oder eine Quest. Auswählen. Dafür fehlt mir Benzin. Warum hast du so viel Zeug gehabt? Weiß ich nicht. Recher Typ. Äh, ja, aber das ist ja egal, das dritte Upgrade. Füllt hier nur die Ult auf, wenn man ein Lager betritt und eine bessere Kiste mit Vorräten. Ich weiß nicht, was Vorräte sind. Und die füllt sich halt nur täglich auf, also... Aber sie hat jeden Außenpost? Ja. Ja, wäre es dick. Ich glaube. Dann ist es eigentlich dick. Ja, aber will nicht alle Außenpost immer ablaufen? Naja, aber weiß ich nicht, wenn du da so... Keine Ahnung. Ja, einfach in Teleport dieses Materialienzugs ist halt... Ist halt free, so. Er ist halt irgendwie ein bisschen dumm und umständlich von der Mechanik her. Ach, wir sammeln doch eh genug. Das stimmt. So. Soll ich die nächste Hauptmission hier noch mitnehmen? Äh, joa. Wenn wir schon hier sind. Joa. Hallo, El Tigre. Nein, wir haben ja... Wir haben ja eine Insel zu retten zusammen, babe. Äh, Baby Tigre, diese Bilder sagen mehr als tausend Lügen. Keiner weiß wirklich, was hinter den Mauern dieser Bio-Wiedereinrichtung vor sich geht. Wenn John Ron recht hat und das Castillo-Regime dort fürchterliche Dinge mit den Gefangenenparias tut, dann brauchst du Beweisfotos. Lorenzo muss sie sehen. Okay, wir müssen jetzt Fotos machen, damit der alte Opa nicht mehr so... Nervig ist. Jetzt haben wir ja unser Smartphone. Äh, wo müssen wir hin? Jetzt sind wir was ganz... Da. Äh, war hier nicht irgendwie so ein Rückschrauber? Ich sehe eine Vase. Ich muss die aufsammeln. Aber die kriege ich auch, wenn du die aufgesammelt hast, ne? Ja. Naja, wir kriegen... Wir teilen uns alles. Das ist nice. Unglaublich. Ist dein Rang jetzt nicht höher als meiner? Wahrscheinlich, ne? Einen Ticken, ja. Okay. So, ich gehe mal... Willst du das Flugauto noch haben? Da ist der Flugplatz. In die Richtung. Einfach bei mir direkt. Du musst mich eigentlich ja sehen. Ich nehme alles, ja. Wenn du so ein cooles Flugauto hast. Mitgegönnt. Aber ich habe es noch nie gefahren, tatsächlich. Ja, ist ja cool. Dann können wir es uns beide angucken. Ich habe mich halt nur reingesetzt, weil das direkt halt neben so einem Posten war, war es da direkt so ein Flughafen irgendwie. Ne, es war ein Autospawn.true. Und man kann es an beiden Sachen abgeben. Das ist ein Flugauto. Anscheinend. Äh, ich kann keine Fahrzeuge scannen, weil ich gerade den... Ah, jetzt. Ich hatte gerade irgendwie so einen grünen Fotomodus. Okay, ist gescannt. Dann gehen wir mal da bitte hin. Angelito FE Turbo, geben Sie Gas. Müssen ja echt nur geradeaus. Ja, aber wie funktioniert das? Ja, gib einfach Gas. Flugmodus aktivieren mit Q. Ja, wahrscheinlich im Fahren. Du musst erst Geschwindigkeit aufbauen und dann den Flugmodus aktivieren. Da springe über die Rampe und dann... Ja, okay. Oder vor der Rampe zieht den Flugmodus. Ah, das ist ein Auto mit Fallschirmen. Ich habe Granatwerfer vorne dran. Ich sehe es. Was macht diese Kamera, wenn ich... Jo, warum... Oh, fuck. Ich weiß nicht, was ist der Flugmodus. Es ist so hart am Rumglitschen. Au. Es hat sich nur noch alles gedreht. Ja, wir wurden wieder von dieser Ultraflugabwehr abgegriffen. Joa. Hm. Ich hätte rausspringen sollen, glaube ich, ab dem Piepen. Ich habe mich leider nicht so viel gegen mal. Ach, wir können ja nochmal. Oder? Wir sind ja, glaube ich, wieder in der Stadt gespawft. Äh. Ja, wo sind wir? Nee. Na, egal. Wollen wir die Flugabwehr einfach kaputt machen? Die liegt auf dem Weg, Samuel. Dann haben wir die Situation nicht mehr. Die hier? Genau, die rechts daneben, ja. Beziehungsweise drunter. Achso, wir haben jetzt einfach ein Wingsuit, ne? Wir können ja jetzt einfach hinspringen. Ja, ich kann jetzt auch hinterher gehen. Das ist halt ganz Chug. Ich weiß nicht, warum ich immer noch Meldungen bekomme, dass ich neue Jagdgebiete aufgedeckt habe, aber... Schön für uns. Ja, same. Habe ich auch gerade noch bekommen. So, erstmal hier landen. Hier sieht es aus, als gäbe es Loot. Ist das gefährlich. Man muss halt alles looten, so hart. Wenn die ganzen Upgrades so teuer sind. Das stimmt. Hier ist auch irgendwie eine Kiste auf dem Grundstück. Ach, auf dem Turm. Schießpulver. Du weißt, ich fände diese Konstante im Leben schön, alle paar Jahre in Far Cry mit dir durchzuspielen. Ja, es ist echt eine Konstante. Aber es ist immer eine sehr spezielle Experience, muss ich sagen. Far Cry Spiele insgesamt. Weil die sind irgendwie... Also ich muss sagen, sie sind richtig unterhaltsam. Finde ich. Weil sie einfach auch ein bisschen sehr... Sehr buggy einfach nur sind. Ja, aber das macht sie irgendwie halt so lustig. Genau, aber das wertet das halt auch. Ich habe da so einen Container hingeworfen. Ist kaputt. Rang 5. Rang 5. Wir haben uns über ihre Besuche gefreut. Aber irgendwann hat sie uns eröffnet, dass sie... ...jahre verlassen wird. Danach kam Gabriella nie wieder. Mein Nachbar glaubt, dass er sie bei Bio wiedergesehen hat. Tattoos und gefangen hat. Oh, die Karte. Oh, fuck. Hier ist das was schlimm. Anne, ist das was schlimm. Aua. Ich dachte, du saß gerade für mich aus wie so ein... Wie so ein... Wie so ein böser Deal. Oh, fuck. Ja, ich verstehe schon. Ja, weil du auch so weiß gekleidet warst. Und die Bösten sind auch alle irgendwie weiß. Du hast doch selber weiße Kleidung an. Ey, trotzdem, aber die sehe ich ja nicht. Okay, aber ich verstehe immer noch nicht, wie man ganz diese Medizin hier freischaltet. Oh. Wie sieht aus wie ein Gefangenenlager? Was für Medizin? Äh, diese Medizin für... Zum Heilen unten. Weil manchmal fühlt die sich so auf. Ach so, das habe ich auch überhauffreundlich gecheckt. Ich habe ein Gadget, dass ich vier Heilspritzen dabei habe. Die kann ich noch zusätzlich nutzen. Die sind noch schneller. Ja. Also, ich habe halt mein Lieblingsgadget. Ja, genau. Und ich habe halt das, was ich mich aufheben kann, falls du mich damit tötest. Die perfekte Kombo. Ja. Wobei ich vielleicht gucke, man... Man konnte... Wir können jetzt eigentlich wieder so ein neues Gadget-Ding holen. Ob ich mir das Giftgas-Gadget hole oder so. Weil dann irgendwie die Gegner sich gegenseitig angreifen. Das finde ich eigentlich ganz funny. Man kann sich auch ein Upgrade holen, dass du deine Ult bekommst, wenn du... Äh, warte, Entschuldigung, Hund. Wenn du Gift-Schaden machst. Das wird sich ja Ultra damit kombinieren. Jo. Jo, wenn sie denn halt geil ist und man sie benutzt. Ja. Wenn ich das dafür meine wertvollen Upgrade-Materialien raushaue. Wobei die Upgrade-Materialien brauche irgendwie nicht so viele. Äh. Ja, dann versuchts mal wieder, würde ich sagen, auf dem alternativen, leisen Weg. Okay, okay, aber dann würde ich nicht sagen, durch den Haupteingang. Jo. Gibt's sowas wie eine Drohne oder so, damit man Gebiete scannen kann? Ich glaube, dafür gibt's halt später die Begleiter. Irgendeiner wird das ja wohl können, oder? So Gegner markieren. Ah, Begleit... Amigos! Welche Taste ist Amigos? F4 macht nichts. F5 ist Kameramodus. Ah. Aber die müssen wir halt auch eigentlich irgendwie freischalten. Okay, F1 bis 3 öffnet nur Menüs. Dann klicke ich einfach hier oben durch auf Amigos. Bei denen haben ja alle diese Boni und es wird irgendeinen bestimmt geben, der... ...so ein Stealth-Amigo, der dir die Leute aufregt. Ja, es wird cool. Fotos machen. Durchsuche Bio-Avada-Anlage nach Hinweisen. Mit X kannst du ein Handy herausholen. Nimm deinen Zielen für sie und mach ein Foto mit Linksklick. Ah, ich hab hier noch meine Stealth-Schuhe. Ich bin halt so... Turbo-Boy. Dann... Dann... Du hast was getötet, gerade da? Irgendwas ist nämlich gerade umgefallen. Die Kamera, da muss weg. Ach, da. Ich dachte mal, ich bin so frei und... Ja, ja. Einmal jetzt hier. Mach hier den Eingang kurz weg. Ich hab mir jetzt auch diese Schleichschuhe noch geholt gehabt. Ah ja, also bist du auch Turbo. Das ist eigentlich ganz cool. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, hattest du Tropico gespielt? Nee. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass wir... Es geht hier nur vor. Irgendwie sind Tropico-Shooter einfach nur sind. Das gleiche Setting halt. Ja, Elf-Präsidenten. Mit Elf-Präsidenten. Wollen wir die hier zusammen umdrehen? Wir brauchen eine Schlüsselkarte in der Nähe vom Serverraum B2. Wo bist du denn? Einfach am Pier, also Richtung Wasser. Hier gibt's Wasser, okay. Wieder was gelernt. Aber du bist... Ich bin genau auf der anderen Seite der Bart. Wenn ich das gerade sehe. Ich versuch's mal alleine, die beiden einfach rumzubringen. Okay, die patrouillieren hier nämlich auch gerade zu mir. Ah, hab sie. Nice. Okay, die Schlüsselkarte war ja einfach direkt daneben. Ich mach kurz den Alarm aus. Ja. Dann sollten die ja alle... Ah, nee. Ach. Okay, es gibt noch einen Alarm. Es ist nicht mehr so, dass man nur einen ausschalten muss. Sondern man muss alle wirklich ausschalten. Naja. Ach stimmt, wenn man in der Nähe einen ausgeschaltet hat, dann hat das alle deaktiviert sonst immer, ne? Genau. Aber irgendwie... Ich bin gerade in so einer Lagerhalle, wo ich ne Schlüsselkarte brauchte. Hier ist auch niemand drin scheinbar. Ja, vielleicht finde ich hier irgendwas, was ich fotografieren kann. Irgendwie soll ich an der Pipeline drehen. Ich öffne in der Waffenkiste. BP-SMG. Kriegst du schon Rang-2-Sache oder sowas? Äh, inwiefern Rang-2-Sachen? Das war gerade ne Ein-Stern-Waffe, die ich bekommen hab. Ich glaube... Gucke... Woher weiß ich? Ja, das sehen wir auch ne Ein-Sterne-Shotty. Okay, da drin muss ich was fotografieren. Oh, ich hab ganz viele Leichen gefunden. Okay, du kannst die Leichen fotografieren. Ich versuche wirklich hier noch reinzufinden. Ah. Und da hab ich ein menschliches Labor gefunden. Let's go, Jackpot. Ich hab keine Taste gedrückt. Als ob man einfach jemanden absticht, wenn du mal von oben auf den drauf springst. Du musst nichts drücken. Kein Knopf. Ja, aber... Ist chillig. Ist chillig, aber sehr überraschend. Dass das Spiel mir einfach frei von sich aus mordet. Ja, du bist halt einer von den guten Zauber. Du darfst das. Ah, die vergasen die hier in der kleinen Kammer. Ruhe. Ach. Oh fuck. Okay, ich hab verkackt. Aber ich weiß jetzt auch warum. Okay. Ich hab... Äh, ich hab keine... Keine panzerbrechende Munition mehr. Deswegen kann ich die Dudes mit den Helmen nicht... ...mit den Helmen nicht one-hit. Ich bin nicht entdeckt. Ja, war wieder meine Schuld. Steh schon. Nein, die wollten nur sagen, dass ich weiterschleiche. Die wissen nicht, dass ich existent bin. Du darfst nur was sich da hinten noch fotografieren. Ups. Aber ich hab mich selber weggenommen. Ich verstehe. Vielleicht zu nur an der Wand stand. Ups. Hast du nur ein Foto von denen hier gemacht? Die Menschen mit den Gefangenen? Ja. Achso, weil oben steht, das braucht mehrere Fotos. Ah ne, nicht von den Gefangenen. Da habe ich doch gar kein Foto gemacht. Ich habe nur von den Leuten hinten im Wasser ein Foto gemacht. Achso, ich habe Gefangener fotografiert. Wir sind hier fertig auf jeden Fall. Ich helfe dir. Ja, ich glaube, ich werde vorher verbluten. Du glaubst nicht, was hier an der Wand trägt. Das ist schrecklich. Und direkt links von dir war noch ein Viewsflug. Die haben mich noch nicht gesehen. Ich bin wieder in Deckung gerannt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schießt drauf. Okay, aber mein Puma rastet irgendwie aus. Oder Deiner. Oh, markiert ist die Gegner nicht? Ist jetzt auch automatisch geschützt und so, was sie aufgestellt haben. Oh. Hier so eine Rainbow Six Wand haben die irgendwie aufgestellt. Ja, auch so ein automatisches Geschütz und so. Nice. Das kleine Flatsch-Geräusch, wenn man Headshot macht. Ich wollte keinen Heilsprüh machen, aber okay. Ein Verstoß durch den Ausgangsfälle ist eine Strafe. Ich habe eine Schüssel gerade. Ja, ich war schon in dem Raum drin. Ah, okay. Wir haben das eigentlich, ne? Ja. So, wieder zurück. Im Lager der Legenden mit wem sprechen. Ich kann ja sogar schnell reisen. Ich loot hier noch ein bisschen, wenn wir jetzt eh alle getötet haben. Okay. Kann ich ja auch hier noch ein bisschen rumrennen und das ganze Zeug aufheben. Komm ich grad noch mit der Elf. Ja, irgendwie sagst du aus, als ob die manchen Sachen so weit außerhalb wären, die hier markiert wären. Was sind denn da eigentlich diese Schraubenschlüssel-Symbole? Ist das alles Loot? Das ist alles, glaub ich, ein Loot, der markiert wird. Also... Ja, stimmt. Ich hab... Von mir. Ich hab nen Helm auf der Sachen durch Wände markieren können. Ja. Ich hab mich einfach einmal durchs Lager gedreht und dann hatte ich alles scheinbar markiert im Lager. Ja, irgendwie nicht alles, aber wegen Großteil zumindest. Und guck, da hinten ist auch irgendwie... Das sieht so aus, als ob das aber ultra weit außerhalb wäre. Ach, das ist bestimmt da, wo wir vorher waren und so oft Abfallgeschütz ist. Wo ich das Auto gescannt hab oder sowas. So, hier ist noch ne Kiste. Irgendein Tier hat hier rumgepiezt. Ob ich die Ärzte töten können? Äh... Ich kann mal gucken. Was willst du töten? Ach, die da drin sind so Ärzte, die so Forschung an Menschen machen. Mein Chat möchte, dass ich die umbringe. Ist absolut unethisch, was sie machen. Dafür dürfen wir sie dann hinrichten, so ungefähr. Okay. Ich glaub, die Fenster sind immer auf... ...Kanzerfest. Ich glaub, die gehen einfach alle nur in Deckung. Da komm ich nicht rein. Aber die haben wenigstens Gas ausgemacht. Okay. So, wollen wir schnell reisen? Ja, kannst initiieren. Äh, F. Nicht F1. Jetzt versteh ich auch, wie das Park funktioniert. Ich hab halt nur gelesen, du kannst Kisten durch Wände durchmarkieren. Aber ich wusste nicht wie. Aber wenn es mit der Kamera einfach geht... Ja. Ich muss nie eine Werkbank wieder dahin. Ja. Keine Werkbank für dich. Nein. Wir waren nur Kinder, Altide. Lorenzo. Ich hab Fotos von dem Ort gemacht, den Conrona Venta. Man muss wischen. Nach links. Sehen sie frei für dich aus? Merda. Das ist das, wo gegen Libertad und Lamoral kämpfen. Das Foto hab ich aber nicht gemacht. Aber wenigstens tun wir was. Niemand hat das verdient, Lorenzo. Das passiert überall in Yana. Das kriegst du nur von diesem Berg aus nicht mit. Ich will das nicht mehr sehen. Ich habe nicht für Castillo gestimmt. Der Krieg ist vorbei. Das war Zeitverschwendung. Está bien. Du hast ihn erschüttert. Er ist ein Monster. So, auf zur Werkbank. Zeitlupe. Als ob ne Quiz. Du bist. Unterstütze die jungen Guerillas bei ihrer Mission. Ah ne. Ach bestimmt die... Ja. Fortnite Girl. Ja. Der Co-Partner kann auch ein Amigo mitnehmen. Von dem letzten Witz, den du mir erzählt hast, musste ich fast kotzen. So, jetzt nehme ich die Panzerbrechenden. Vielleicht schalte ich es dann. Ach, ich kann ja bei meinen Lost Bandidos nochmal vorbeigucken. Genau. Wo kriegt man denn industrielle Platinen her? Hast du davon welche zum Mail? Ne, die kommen halt in den späten Gebieten. Das sind doch die stärksten Sachen auch. Ah, ok. Hier war irgendwie... Man braucht die für alle Monster. Gefühlt. Wir machen das hier, weil es 100% hat. Egal. Fortbahn. Extra Belohnung. Oh, da finden wir noch Geld. Ja, 500 Geld. Nice. Alle drei haben die Chance, dass der Einsatz abgebrochen werden kann. Ja, aber das hat eine 90%ige Erfolgschance. Abgeschlossen. Bandido Einsatz abgeschlossen. 750 Pesos. Let's go. Oh, eine Mission mit 1000 Pesos. Los geht's. In zwei Stunden kann ich wieder kommen. Ich glaube, ich habe so viel Geld bekommen. Ja. Ich muss sagen, es ist halt irgendwie richtig unnötig, diese Mini-Browser-Games. Ja. In der Hinsicht. In der Hinsicht. In der Hinsicht. Was habe ich gerade bestätigt? Äh, dass wir abspringen eigentlich. Oder das abgelehnt. Ich habe dreimal angenommen. Ich dachte, wir wollen zur Quest. Zur Quest. Ja, wir können auch... Ja, okay. Machen wir die Quest erstmal und danach erkunden wir das Gebiet. Und wer ist hier... Oh, Gottes Willen. Hilfe. Wo fall ich hin? Er musste euch direkt den Winx-Tuit öffnen. Aber das Problem ist, ich sehe wegen Green noch gar nicht in welche Richtung wir müssen. Ah, da, okay. Ich komme zu dir. Das war mal ein Quick-Travel. Ich habe den ja gerade absichtlich weggemacht, dass ich bei dir spawn. Und es hat halt einfach mega gut funktioniert. Ah, dieses Mal kriege ich eine längere Quick-Spawn-Animation. Aber beim anderen Mal bin ich einfach instant in dir gespawnt. Hallo. Ach, das ist direkt... Oh Gott. Deswegen ist das... Ich dachte, das wäre eine Stadt. Ah, ich bin tot. Ich verstecke mich kurz. Ich kann mich noch nicht aufheben. Ja, warte. Ich basiere den und dann komme ich zu dir. Okay. Ja. Die können wir irgendwie nochmal weggehen und nochmal Schleichen neu machen. Ja, das ist okay. Oder kürzlich auch umbringen, dass wir... Einfach laden. Das haben wir, glaube ich, mit dem alten immer gemacht und uns umgebracht. Ah, true. Ja, komm. Warte. Stell dich mit mir unter den Turm hier. Oh. Ich kann im Menü Autospiel-Standladen drücken. Oh. Ja. Das ist cool, dass es im Koop geht. Jetzt landen wir davor. Und nicht wieder in der... Oh, nein. Äh. 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 Nee, da müsste ich... Dani. Komm runter, ey. Was geht's? Es gibt etwas, dass du über Jelena wissen solltest. Sie ist irre klug. Hauptfach Informatik. Programmiererin. Hättest du S gedrückt? Hättest du irgendwas gedrückt? Bist du schnell? Ich hab eigentlich S gedrückt. Einfach nur. Dass ich halt nicht so schnell sinke. Du hast das Video wohl nicht gesehen. Ja, warum bist du so schnell? Was? Weiß nicht. Ich drück nur S. Am nächsten Tag kamen die Soldaten... Ich drück nicht mal S. Ich fall sogar gerade so ein bisschen schräg. Und Jelena führt uns in die Schlacht. Wir haben sicher 100 Soldaten erledigt. Das gab es auf Video. 100 Soldaten. Okay, vielleicht 50. 15. Conjoch, ich muss los. Ich hab gerade einen Soldaten mit runtergelassener Hose an unserem Versteck gesehen. Ja. Ehrlich, er pisst und er sieht mich nicht. Ha, ich melde mich. Dani, wo bist du? Ich glaub, ich komm näher. Damit du's weißt. Jelena ist unser Boss. Ich bin Teamkapitän und Gilberto kannst du gar nicht verfehlen. Wieso? Wer ist Gilberto? Nur der allerbeste Spion von Jahre. Du kannst in L.S. denn nicht mal furzen, ohne dass Gilberto's Netzwerk davor hat. Vor allem, das ist doch auch eine Stadt. Warum ist denn die Stadt so abgesperrt gewesen? Ich weiß es nicht. Aber hier ist so ein Seiteneingang. Ach, weil ich war so ein bisschen mit Waffe vorhin rumgegangen? Ich kann immer mit Waffe rum. Ah, weil du hier ohne Waffe einfach reingehen kannst. Wo bin ich denn da? Ich bin durch einen Seiteneingang rein und hier sind süße Hundis. Ich sehe das als Belohnung. Irgendwelche Streuner, die gerade Ratten im Mund haben. Oh, lecker. Bin nur Tourist. Wer ist ein Terrorist? Ein verfluchter Schatz. Okay, ich weiß nicht, woher ich einen Schatz gefunden habe. Aber gut gemacht, Ursaft. Ich habe die Schatzsuche gerade gestartet. Ich habe den Zettel dafür aufgehoben. Ich scanne einfach nur. Was geht doch mal hier aufs Dach hoch. Ist das unser Questgebiet? Du bist auch hier drin? Ich bin im Suchgebiet, ja. Sollte passen. Und warum sind hier keine Gegner? Irgendwel ist es eine Stadt. Es ist eine normale Mucke. Hier wohnen Leute. Gehe ich mal davon aus. Da drin ist irgendwas. Ah, Quätter. Fuck. Was ist explodiert? Nichts. Hundi. Hier in der Hütte ist aber Infos. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht, wie wir da reinkommen. Wir müssen... Übers da. Das ist eine große Katze. Ja, hier ist so ein Assassin's Creed Aussichtsturm. Guckt, soll man hier sogar mit... Mit so einem komischen Balken nach vorne. Ja, dann setzt man sich da drauf und dann kommt ein Vogel. Wo ist der Heuball hin unten? Oh, warte. Das ist eine Karte. Guck mal. Da ist irgendwas, was leuchtet hinter dir. Das ist Lore. Dieser Zettel. Hallorene Tagebuchseite. Stimmt kommen wir in die Kapelle erst später rein oder so. Aber wir müssen... Irgendwie... Uhren von Hoffmann folgen. Ja, aber es ist 600 Meter woanders markiert. Achso, ach wir sind grad wegen der Schatzsuche. Aha. Können wir die andere Quest ansonsten grad nochmal annehmen? Achso, jajaja, kann ich machen auf der Karte. Ähm... Ist hier ein Questmarker? Ja. Verfolgen. Ja, wir waren da vorne drüben. Ja eben. Ob der jetzt hier im Weg steht. Ja, würd ich auch sagen. So. Ich bin bei einer Tür. Okay, ja ich komm glaube ich nicht mit, aber vielleicht werde ich reingezügt. Wenn du aufmalst. Ups, was ist da? Hier unten? Hier, 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 hier. Okay, okay, oben drüber. Klopf, klopf. Ah, ich hab uns so ewig ausgeblendet. Upsi, sorry. Jetzt hab ich ausgeblendet. Bro. Bro. Erkennen wir den Spruch? Okay. Willkommen in El Agujero. Versuch ein krummes Ding und ich reiß dir den Kopf ab und spiel damit Fußball. Oh, auch schön dich kennenzulernen. Ich heiße Dani. Alfredo. Die Treppe runter. Was sind die für Marke auf der Karte? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, Sergio geht es gut. Die Zeit vergeht überhaupt nicht schnell. Ist das Far... Ist das die Far... Ist das die Map hier, wo wir grad sind? Ne, ne? Das ist eine andere Map. Ich hab keine Ahnung. Merkstatt brauche ich nicht. Ein Handle hätte ich nur gerne mal wieder. Bisschen shoppen. Die neue Sniper kaufen. Und nächste Katze. Let's go. Treffen wir die Hippen. Treffen wir die Hippen. Die Leute von Jorge und Anna sind wohl auf dem Schiff. Bist du Yelena? Mierda. Dani, richtig? Wo ist die Medizin? Du meinst die von Libertad? Die hab ich den Legenden gegeben. Nein, du hast sie ein paar Rentnern gegeben, die auf irgendeinem Berg ihre Windeln vollscheißen. Was willst du bitte von denen? Wir brauchen mehr als Kugeln und Guerrilleros und Castillo auszuschalten. Die Yelena lieben Legenden. Ob's die gefällt oder nicht. Clara Garcia liebt ihre Politik. Viel Glück, dass Diabuelos den Arsch hochkriegen. Wir könnten die Hilfe von La Moral gebrauchen. Weißt du, warum Clara nie von uns erzählt hat? Weil wir für sie nur Kinder sind, die mit Waffen spielen. Sie redet gerne über die Zukunft. Aber ihre, nicht unsere. Clara ist einfach ein Castillo ohne Schwanz. Du hast einen besseren Plan für Yara? Erst Kugeln, Politik später. Du sagst, du brauchst Freiwillige. Admiral Benitez hat uns vor ein paar Stunden überrumpeln können. Sie hält meine Leute auf einem Frachtschiff als Geiseln. Ich gehe. Allein? Verstehe ich nicht. Wir sind quitt in Sachen Medikamente. Ratte meine Leute und dich denkt drüber nach. Ach man. Vor allem, wie ist unser Charakter von, yo, ich will Yara verlassen nach, yo, okay, ich mach jetzt Bimbo-Aufgaben für euch. Ja, ich mach die. Willkommen. Ich arbeite für euch halt. Guck mal, hier ist der Pagamin. Auf dem Magazin. An dem Tisch. Ah. Interview. Ist er da noch nicht tot in dem Spiel hier? Wird es zeitgleich? Muss ja dann. Ich liebe das Farktry Cinematic Universe. Einfach nur. Ja. Die ganzen Crossover. Ja. Ich hoffe, das nächste Farktry macht dann das absolute Gigacrossover. Einfach nur. Warum gibt es nirgends Händler in diesem Spiel? Ist jetzt irgendwie noch so ne geheime Base, aber kein Händler. Hallo. Ja, klar. Ich kenne einen Bauern mit einem Hubschrauber, der dich zum Schiff fliegen kann. Folge mir. Okay, wir werden zu nem Hubschrauber geführt. Was hast du da unten? Ach, ich hab grad mein Auto geupgradet, weil ich mir dachte, könnte ich mal machen. Weil ich hab so Fahrzeugschrott. Damit kann man anscheinend nur sein Auto upgraden, oder? Ah ja. Streuung wird verringert. Ja, ich mach diesen RAM-Schaden. Mein Aufprallkraft wird erhöht, so. Äh. Vielleicht die Fähigkeit, Fahrzeuge beim Aufprall zu zerstören. Ja, ich hab mir dieses mit den Reifen geholt, dass ich auch so Nagelsperren entfernen kann. Diese Schaufel hab ich mir geholt. Okay. Kann Autos umwerfen. Cool. Und ich glaub Fahrzeugschrott braucht man hier für eh nix anderes höchstwahrscheinlich, oder? Das ist wieder so ne exklusive Ressource. Nur dafür. Äh, ich hol mir mal die Kiste da hinten, die markiert ist. Und du kannst dem Typen mal folgen. Ja, oder? Kann ich nicht. Du musst das machen, du bist der Hals. Warum darfst du mir nicht... Achso, läuft der sonst nicht weiter. Ja. Epic. Die Kiste ist ganz nah. Was war das denn? Oh, das würd ich gern nochmal sehen. Richtig hart wird den Arm gewöckelt. Äh, wie komm ich da hin? Ist das auch... Komm auch mal. Da oben. Mit ner... Mit der... Reißleine. Ja, du. Verläuftsricht. Es wird dringend empfohlen, diese von der Regierung verhängte Sicherheitsmaßnahme zu respektieren. So, da ist ne Leider. Müssen so Kanten zum Klettern, ne? Nein, wir starten keine Spendenaktion, damit sich irgendwer Far Cry leisten kann. Ist einfach aufm Sale warten. Vor allem im Endeffekt, kann man sich ja auch einfach dieses Ubisoft Abo so ungefähr einfach holen für einen Monat, das dann einmal durchspielen und dann das Abo einfach direkt wieder kündigen. Ja. Ah, ist echt dieses Kistensymbol an der Wand auch. Aber ja, dieses Ubisoft Abo, wenn man so ein Spiel kurz durchspielen will, lohnt sich halt, wenn man es dann durch schnell durchsuchtet. So, muss halt nur in einem Monat fertig sein, ansonsten... Hast du gelitten. Ja, ansonsten kann man halt auch echt einfach, keine Ahnung, ein halbes Jahr warten, dann kosten die Spiele meist die Hälfte so ungefähr. Sale. Weil so Spiele haben einen richtig, richtig schnellen Preisverfall einfach. Zumindest momentan. So, hast du deine Kiste, Zombie. Ich hab meine Kiste geholt, ja. Nice. Weil du den Arm-Bute lässt dich hier warten, höh? Ich hab mich grad irgendwie auf den Kopf kurz mit der Kamera gedreht. Mein Finger hat sich auch auf den Kopf gedreht, so lecker. Wo ist er denn? Ach, da. Oh, da liegen ja Pfeiler am Boden. LOL! Guck mal, unser Ziel wurde einfach markiert. Hä? Wir haben einfach... Wir haben den Speedrun-Skip gemacht. Wir wollten uns einfach einen Helikopter zeigen und wir töten ihn. Let's go! Warte, wir müssen jetzt direkt zum Schiff? Nö. Dann ist es zum Helikopter, wir werden jetzt von mir dann geleitet. Aber warum ist das so? Warum muss man... Ach man. Warum kann man das überhaupt? Ich muss sagen, dass man es kann, finde ich geil. Dass man den Leuten halt nicht folgen muss. Aber warum ist das der Weg? Um nicht von so Leuten genervt zu werden. Die Ungeduld zahlt sich aus. Aber halt echt. Da ist ein Helikopter als ob... Ja, sonst hätten wir ihm jetzt echt bis hierhin folgen müssen und der hat uns richtig zugelabert. Jep. Blau! Blau! Hallo, geilo, jj. Oder? Guter Name. Oh, hier ist die Kiste. So ne... Oh, so Talisman oder wie man es drin sagen wird. Ja. Ich scanne mal das Lager hier. Den Helikopter können wir uns theoretisch auch saven, wenn wir kurz irgendwo parken. Ja. Komm mit durchs Fenster. Es ist zu. Ah, okay. Es wird Zeit mit den Bauern über seinen Helikopter zu sprechen. Ja. Ja. Erzähl uns jetzt so ein Verkaufsgespräch einfach. Einer hab ich angefunkt. Du willst zu diesem... Ich dachte, du bist wegen des Helikopters. Warte. Und dann ist der Hutschreiber, wenn ich reparier gegen. Oder ich heb kurz ab. Wir haben tatsächlich in dem sein Dialog geskippt, ne? Ja, das Problem ist, glaube ich, dass der Hutschreiber gleich explodieren wird, oder? Wieso bist du nicht abgehoben? Weil ich irgendwie nicht starten konnte grad. Aber ich reparier einfach gegen. Bestimmt dürfen wir den nicht nehmen, weil wir den umgebracht haben. Ja. Wir können aber einfach auf der Map gerade nach nem anderen Helikopter gucken, eigentlich. Warte, 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 warte. Autospielstadt, let's go. Ah, der hat uns Ubisoft nicht gegönnt. Ähm. Wo sind wir? Ah, da ist der Helikoptermann. Ja, da ist der Helikoptermann. Muss nur die Kiste, glaube ich, neu einsammeln. Oder haben wir die noch? Ich glaube, die Sachen haben wir alle. Hast du ne Tasche zum aufheben auf jeden Fall? So, hallo. Hosehaft. Lass den Mann reden. Ach, der fliegt für uns, deswegen konnten wir den nicht. Ah. Könnten wir den nicht fahren. Nein, fliegen wir. Das ergibt Sinn. Können wir ihn in den Treffen hier drin? Hä, warum hat sich denn meine Kleidung gerade zurückgesetzt im Hubschrauber selbst? Hahaha. Hahaha. Okay, beim dritten Mal wird's was. Ich weiß nicht, warum deine Kleidung sich resettet hat. Ne, gerade im Hubschrauber, als der Hubschrauber drin saß, war die bei mir resettet. Dieser Hubschrauber ist cursed. Ja, nur der Hubschrauber. Halt mir die Katze von Lein. Psst, komm her. Jelena hat mich angefunkt. Du willst zu diesem Boot? So ist das. Sag rein. Hahaha. Erstmal kurz 10 Sekunden Pause machen. Fliegen wir. Okay. So, inwiefern hat sich deine Kleidung zurückgesetzt? Gerade eben hat sie sich zurückgesetzt, nur... Okay. Hahaha. Oh, der EMP funktioniert nicht. Kannst du ihn in der Hand halten, bis er explodiert? Ich würde am Radar fliegen. Ich bringe dich so weit ran, wie es geht. Wo hast du fliegen gelernt? Hahaha. Wo hast du fliegen gelernt, wer der hier einfach nur am Spinnen ist? Hahaha. Hahaha. Du stürzt ja nicht ab oder so, aber man sollte ihn abstürzen. Aber der hier jetzt bunt einfach nur. Gut zu wissen. Ich hab dich noch nie gesehen. Seit wann bist du bei La Morale? Moment mal. Mir wurde gesagt, du gehörst zu La Morale. Diese Operation ist ein Gefallen. Ich bin von Libertad. Was kannst du mir über La Morale sagen? Was mach ich gerade bei dir? Äh, du guckst rechts raus. Guck du mal links raus? Ja, man beugt sich so... Also, man beugt sich selber so richtig weit raus. Sonst wäre ich gerade irgendwie zwei Meter neben dem Helikopter. Ja, aber es macht's einen Tick angenehmer, glaube ich. Jetzt du dieses Dorf? Sie nennen es mal Dito. Weiß das wirklich so? Ja. Hat irgendein Spanier 1400 irgendwann so benannt. Vor ein paar Monaten hat... Wobei mich immer wunderbar deutlich, dass man nicht so straight ab sich auch nach unten weiter rausbeugen könnte, weißt du? Ja. Die Hälfte der Einwohner hingerichtet. Und was macht La Morale? Also, dass du unten so, keine Ahnung, trotzdem noch so einen halben Meter gefühlt Lücke hast. Die haben die nach Hause verfolgt. Die in die Kehle durchgeschnitten. Boah. Nein. Egal. Nein, du halbst nicht so schnell. Die Leute sind schlau, organisiert und kaltflütig. War lacker, ja? Du bist so richtig schon rausgekippt. Das ist der Schaupass. Wo bist du? Ja. Ich versuche mich jetzt zu treffen. Bist du vorne drin? Ja. Ich kann mich nicht sehen. Ich gehe jetzt an mein Smartphone. Als Admiral Benitez anfing gegen unsere Familien vorzugehen, ging La Morale gegen sie vor. Sie haben jeden Soldado getötet, der es gewagt hat, unser Land zu betreten. Weil darauf kam keine mehr. Natürlich habe ich einen PBN auf dem Handy. Hä? Ich konnte aussteigen. Das ist super. Gracias, amigo. Dann wünsche ich dir viel Glück. Jetzt müssen wir hier hin. Schleichen? Fragezeichen? Oh, fuck. Tötchen, 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 tötchen. Okay. Au. Hat nicht funktioniert, glaube ich. Doch, es funktioniert. Nee, wir müssen den ganzen Flug nochmal machen. Ich würde ihn nochmal machen. Ah, nee. Ah, guck mal, wir sind hier über die Wasserleiter hochgeklettert. Natürlich, okay. Da links ist einer. Boah, es gibt safe auch Ausrüstung, die das gleiche macht mit der Ausrüstung, aber noch mit Gegnern zusätzlich. Was? Was meinst du? Was meinst du? Man hat Gegner automatisch markiert im Umkreis. Die sind irgendwie getriggert, die Gegner? Hä? Hä? Wom kriege ich? Hä? Ich dachte, der eine Gegner ist unsichtbar bei mir. Okay. Ich wurde von irgendeinem gemieligt, aber ich habe niemanden gesehen. Deswegen sind hier ausgerastet. Ich dachte schon so, hä, ich habe den einen doch richtig abseits weg gemacht. Nee, ich habe aber irgendwie Damage bekommen, so über Zeit auf einmal. Okay. So, da ist ein einzelner Gegner. Ich bleibe einfach bei dir, wir machen das zusammen. Okay. Können wir uns doch gegenseitig supporten. Der Gegner ist unsichtbar bei mir. Der war unsichtbar? Yep. Okay, dann sind alle Gegner bei dir unsichtbar. Nee, einen habe ich ja eben gesehen. Okay. Da vorne steht eine, Achtung. Nope, ich sehe keinen. Okay. Alles Gutes treiben. Seh halt niemanden. Das Boot der Geister. Ja, wir haben uns gecursed. Okay. Ah, jetzt ist der Dude da. Okay. Dann ist ja schön, dass du sie beim dritten Mal siehst. Gehen kann es den Alarm ausmachen, ja mache ich. Ja, das mache ich. Ja, den hast du keinen Konzer verläuft. Da dein Wasser gelöst. Ein, ein Alarm übrig. Ne, ich bleib auf jeden Fall direkt hinter dir im besten Fall. Weil wie gesagt, manche sind immer noch unsichtbar für mich. Da drin. Sind zwei. Ja, äh. Äh, kannst du einen übernehmen? Ich nimm den hinteren. Den hinteren glaube ich einfach mal versuchen. Okay, let's go. Okay. Ballert die rum, wenn ich die befreie? Was? Ich glaube nicht. Weil manchmal laufen die dann rum und machen Amor oder sowas. Hier unten muss noch einer irgendwo sein. Oder weiter oben. Ich glaube der ist oben. Ne, der ist unten. Oder? Ja, hier oben ist nichts. Hast du den? Ja. 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 Ich muss auch mal ne Schalldämpferpistole machen. Ich hab nur Schwachsinn dabei. Ja, Schalldämpferpistole mit, äh. Also diese eine Pistole, die man kaufen konnte, aber sogar ganz gut ist die Sache. Diese M9. Und dann einfach mit dem Panzerbrechen, der Moon und nem Visier oben drauf. So ultra chillig. So, hier oben haben wir mit dem Fluchthelikopter. So, ich versuch mal mit dem Scan Gegner zu markieren. Okay, das haben sie mitbekommen. Was? Ja, ist einer gerade hergesprennt, zumindest. Aber das... Achso, der hab ich nicht gesehen. Der war wieder unsichtbar. Ui. Bei mir sind keine Gegner, by the way, mehr da, ne? Okay, dann kümmere ich mich um die. Auf der Map. Die stehen da zusammen rum. Dann kümmere ich mich um die. Ja, ich warte einfach hier oben. Oh, schmeck. Ah, wobei, da hinten ist noch einer. True, den seh ich sogar. Ah, den. Ja. Ein... Aber ich weiß nicht, ob das ein Gegner ist. Ding. Hey, hilf uns! So, hier sind zwei Stück noch. Die rennen gerade in die Richtung. Der letzte rennt gerade zu dir. Nee, nee, hält nicht, ist das Ding. Hab ihn. Okay, alle weg. Gehen waren das alle? Ja. Geh dann. Geh mal den Knopf. Jetzt sind wohl neue Gegner gespawnt irgendwie hinter uns. Ah ja. Pass hier bloß auf dich auf. Meine Katze ist am Boden. Deaktiviere kurz den zweiten Alarm. So, rette die Geisel in irgendeinem Container, ne? Ah, hier unten. Ich glaube, ich habe die Leute, die gespawnt sind rasiert. Ja. Da spawnen immer wieder welche scheinbar. Öffnen den Container hier. Hallo, Amigos. So, es kommt Boote und Verstärkung. Benitez. An die falschen Yarana. Ich habe euch Terroristas genau da, wo ich euch haben wollte. In diesem Augenblick sind Streitkräfte auf dem Weg zu eurem Standort. Ich empfehle euch eure Waffen niederzulegen und einen letzten Blick auf eine Nation zu werfen, die euch nicht will. Hä? Wir schicken Flugzeuge jetzt, ja. Ach, das ist ein Flugzeug, ja. Ich gehe in das Luftabwehr-Ding. Bist du im Helikopter? Ja, aber es funktioniert glaube ich nicht. Wurde gerade. Ja, du musst echt sehr vorausschauend zielen. Ja, irgendwie ist der Hubschrauber echt die Hölle zum zielen. Ja, die Kanone hier auch. Äh, ja, jetzt ist da so eine riesige Säule im Weg. Kannst du wieder aufs Boot kommen? Ja, ich komme wieder aufs Boot. Muss? Flugzeug. Ah, da. Ich muss dann gleich hier so wieder über mir vorbeifliegen. Ich kann nicht höher zielen. Junge, wie weit muss man denn vorausschauend schießen? Was ist denn für eine... Er ist so abgeschützt. Okay. Das ist doch bestimmt nicht das einzige. Ja, da kommt noch eins. Schön wär's. Ja, lass mich doch schießen. Okay. Ich hab's getroffen. Oh, nice. Hast du's, ne? Ja. Let's go. Oh. Da kommt noch eins direkt. Oh. Oh. Ah. Ja, die geht doch weiter weg. Direkt drauf zielen? Das ist weg. Auf jeden Fall. Da kommt noch eins. Zwei? Zwei. Ja, zwei auf einmal diesmal. Bomben wir uns hier ganz schön weg. Das ist ja eine geile Mission. Du kannst hier gerne ins zweite Geschotze reinkommen. Ne, ne, ne. Ja, das ist kaputt gemacht. Ich bin einfach angegangen. Einfach nur. Oh. 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 Schnapp. Ah. Ach, das ist mal ne Katze, die dort nur um Wasser schwimmt. Okay. So, alle. Und. Ich ret mal die Katze. Katze lebt. Oh. Hallo Haifisch. Ah. Ich geh ins Boot. Äh. Ja, ich auch. Muss nur noch ein paar. Hey, jetzt hab ich wieder meine... Jetzt hab ich wieder meine falsche Kleidung tatsächlich an irgendwie. Schaff ich's ins Boot oder isst mich ein Hai? Ach. Ja. Ins Geschütz. Mach den Weg frei! Das Boot explodiert. Wo bist du überhaupt? Ach, da. Ja, im anderen Boot. Hallo. Moin, moin. Wollen wir das blau leuchtende da abschießen? Ne. Ah, da. Hä? Achso, ich dachte wir müssen vielleicht die Minen abschießen. Wo sind die Minen? Die roten Ringer? Die ganzen roten Sachen halt im Wasser. Ach, das sind Minen? Oder haben wir nur Bojen gesehen? Hätte irgendwas abgeballert. Hä? Ich hätte von was unsichtbarem abgeballert. Hände los, das ist ein Boot. Jawohl. Äh, wo ist der Picker? Ich kann gar nicht. Zeit auszusteigen. Okay. Aber das hat Klatsch gemacht, das war ein Headshot. Ja, irgendwie treffe ich nicht so gut. Der letzte von denen schwimmt gerade. Nee, ist einfach tot. Gewonnen. Die neue Reproduktion. Wir müssen unsere Leute zusammen trommeln und die nächsten Schritte besprechen. Kannst du die auch noch wegschießen? Nee, ich glaube nicht. Oder? Ich glaube eigentlich immer auf die Netze können wir einballern, dass sie kaputt gehen. Ja, ich glaube das gehört immer zum anderen. Okay. Aber irgendwas muss es ja freigelegt haben. Ja, ne? Was mit meiner Katze ist? Die ist irgendwo da auf dem Meer. Hat neues Leben angefangen. Hä? Hä? Was haben wir da vorne? Das sieht so aus, als würde das auch noch weggehen. Hä? Das ist irgendwie weird. Vor allem auch weil hier hinter nichts ist. Ja, aber abschießen geht auch nicht mehr. Nö. Ein bisschen weit oben. Da ist meine Katze. Guck dir geht's gut. Wie er einfach rausspringt, wenn er tot ist. Äh, wo wollen wir hin? Äh, keine Ahnung. Straße sagt 800 Meter da lang. Okay. Mein Navi sagt halt genau in die andere Richtung, aber... Clara, ich hab am Morgen getroffen. Wieso hast du mich nicht zuerst zu denen geschickt? Weil ich hätte glaube ich auch so einen Custom Railpoint, die nicht irgendwie... So. Weg mal. Wir sind deutlich schlagkräftiger als die Ligen. Okay, aber bleib wachsam. La Moral hat nen miesen Ruf und ich will nicht, dass die Libertad mit in den Abgrund ziehen. Ich halte die Augen auf. Oh, hier ist was zu sammeln. Mehr musst du nicht sagen. Aber so'n... So'n... So'n Ei wieder. Achso. Was nicht wichtig ist, äh... Wird trotzdem bezügt. Hast du's Ei? Äh, war da. Ja. Ein Segen. Jetzt hab ich's. Okay. Und noch Metall. Ja, ich hab auch noch Metall aufgehoben. Willst du nicht den Truck für uns sichern? Nee, nee, nee. Grip Ziegen. Wir waren im Weg. Wir haben's ja angefangen. Müssen wir das kaputt machen oder ist das ein gutes Poster? Das ist glaube ich ein gutes Poster. Guck, da ist ein Baby drauf. Das müsste ein Böses Poster sein. Schieß mal drauf. Ich hab nur meine Pistole. Danke. Okay. Okay, doch. Ein böses Poster. Okay. Hast du wieder Zeit? Die haben irgendwann gesagt, dieser McKay ist irgendein böser Politiker. Hat aber ein Baby drauf. Giste. So, was gibt's diesmal? Schießpäuern. Schießpäuern. Okay, mittlerweile hab ich echt viel sogar davon. Ich mach mal das Radio aus. Für mich das fuck mich irgendwie ein bisschen ab. Weil es echt laut ist. Radio Musik. Null. Vielleicht bin ich beim geheimen Versteck. Jetzt fahr komplett rein, bitte. So weit wie ich darf. Okay, weiter komm ich nicht. Ach, Schwachsambe. Ich geb dich gleich auf. Jetzt. Ich bin da. Danke sehr. Oh. Jetzt passt's. Dann passen wir durch. Aber passt das Ding jetzt auch durch? Jetzt hat's ja keine Reifen mehr. Ah, ich kann sich bewegen. Schade. Ah, du bist wieder in den Keller, natürlich. Entschuldigung. Gut, dass du an dem vorbeigekommen bist. Hey, da war nur einer. Wir zwei. Der rote Dude war unsichtbar bei mir. Der war nicht existent. Schulbildung. Ein paar von unseren Freunden wollen aufgeben. Okay, hör zu. Es ist nicht wert, dafür zu töten. Und schon gar nicht dafür zu sterben. Wir sind jung. Wir sollten da draußen sein und saufen und vögeln. Die Schule schwänzen. Wuh! Unsere Eltern und Großeltern haben unsere Zukunft schon gestohlen. Wieso sollte uns das jucken? Das hab ich immer gedacht. Und dann, eines Tages, spazierte Admiral Benitez in mein Klassenzimmer mit ner Waffe. Sie rief die Namen auf und wir traten vor. Einer nach dem anderen. Alvarez. Bermudez. Carrillo. Sie verlass ihre Vergehen. Demonstrieren Flyer verteilen einen Post von Clara Garcia-Liken. Fernandez. Jiménez. Peña. Ich lernte eine Lektion an meinem letzten Schultag. Man steht entweder auf der richtigen Seite der Geschichte oder auf der falschen Seite von Castillos Waffen. Weise Worte, Guerriera. La Moral braucht Mitglieder. Vielleicht. Was denn? Gibt's ne Altersbeschränkung? Ich werde bluten für La Moral. Ja, der ist von den wilden Kerlen. Willkommen im Krieg, viejo. Wie schalten wir die Admiralen aus? Liegestütze. Wir sind der erste Schritt zum Sieg. Das Grand Hotel Dani. Fang da an. Da ist ein Konvoi, mit dem ich mich gern anfreunden würde. Nein. Wir brauchen Carlito. Liegestütze lügen nie. Alter, drei Quests direkt. Let's go. Katzchen sind echt gut, um Pistazien zu essen. Ich hätte welche. Ich hätte welche. Aber ich wollte gleich einen Apfel noch aus dem Kühlschrank. Als ob. Hier. Welche machen wir zuerst? Äh, das ist dem Zufall überlassen würde ich sagen. Ich hab hier keine Ahnung, was was macht. Dann fangen wir beim Opa an. Warum? Er rette das fehlende Mitglied der Revolution von 67. Naja. Er ist ein Kriegsheld, der gezwungen wird in Castillos Museum zu arbeiten. Und wir werden mehr als ein Keller voll... Castillo hat viele Kugeln, aber wir werden Carlito haben und Carlito braucht nur ein... Also, irgendwie... Gerade wollen die nicht mehr mit mir reden. Ah doch, jetzt. Ja, ja. Kümmer. Benitez darf nicht herausfinden, wo wir sind, Dani. Überfaller Benitez besonderen Konvoi. Okay, ein Konvoi überfallen, jemanden retten und bei der anderen hab ich nicht aufgepasst. Und was ist das für ihn? Ach, zwar diese... Special... Reisemission, oder? Nee. Was ist denn dann? Ich weiß es nicht. Meine bessere Hälfte hast du vielleicht schon im Fernsehen erlebt. Rosamel, guck nicht so überrascht. Es ist erstaunlich, was blaue Lidschatten und ein paar Kokosnüsse ausrichten. Die Regierung glaubt, sie würde Rosamel benutzen, um die Herzen und Hirne der Yarana zu beeinflussen. Oh. Wichtig, wichtig. Aber nein. Rosamel benutzt sie. Ein Tänzchen, ein kleines Zwinkern, viel rum und diese generelle singen Lieder, für die Castillo ihn die Zungen rausschneiden würde. Aber Rosamel kann nicht überall gleichzeitig sein. Also schicke ich meine Chameleons. Sie fallen nirgendwo auf, werden... Okay, wir sollen zu der Ranch gehen und Informationen besammeln. Okay. Ist das wahrscheinlich so ne Nebenquest oder sowas? Die Zettel, die hier haben. Na, wir alle mal anklicken, falls es irgendwas freischaltet. So. Haben wir irgendwo so nen Missions-Log? Ja, haben wir unter J. Okay. Gott, das bin... Jui, 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 jui. Okay, fangen wir an mit der Smaragdschädel. Na, Schatzsuche. Ah. Den Spuren von Dr. Halfman. Ja. Obwohl, wir haben hier direkt eine am Anfang vom Dorf. Okay. Hey, ich fahre zum Hotel. Ich kann dich an den Wachen vorbeibringen. Spring rein. Okay, wir müssen hier einsteigen und werden irgendwo entführt. Let's go. Oh. Oh. Aber hallo. Haben wir den nicht umgebracht? Ich auch. Das heißt, wenn man in ihrem Stuhl sitzt, gibt man bitte Emotionen her oder sein Leben. Oder beides. Das war die Schuhe aber schnellstmöglich. Unsere Späherin ist schon vor Ort und wird dir helfen. Hast du vorhin Jelena gehört? Diesmal hat er flotte Amor. Ja, ne. Hä? Bei dir sitzt ein anderer Dude als bei mir. Das verspreche ich dir. Was? Hahaha. Bei mir sitzt so ein Dude in der Cap. Hahaha. Das ist nice durch den Stream. Da siehst du Sachen, die du vorher nicht mitbekommen hast. Aber er verdient echt keine HP. Ich glaub, wenn ich jetzt baller, mach ich nur das Auto kaputt. Wie weit müssen wir denn noch fahren? Hä? Ist alles ok da vorne? Warum sind wir in dem Inn, Fluss? Hahaha. Hallo? Möööö. Fährt weiter in den Fluss rein. Haben wir irgendwas gemacht, wodurch er in den Fluss gefahren ist? Vielleicht weil du geschossen hast oder so? Ich hab heute geballert, aber... Ich kann unseren Fahrer umbringen. Wo ist er hin? Wir können doch selber fahren. Wobei, ne, das Auto geschrottet, der Dude. Was ist passiert? Wo war denn was da? Gehen wir halt zu Fuß, I guess? Ja. Ja, der hat uns irgendwie an Wachen vorbeigeschmuggelt, scheinbar mit dem Auto. Hier muss ich vorsichtig sein. Ja, Wachen schmachen, sag ich da nur. Ja, hier sind schon welche. Wir sind schon im verbotenen Gebiet, auf jeden Fall. Eigentlich, ich muss mir noch ne Pistole kaufen. Wir müssen echt mal danach irgendwie zu nem Händler reisen. Okay, hier können wir machen. Von mir, das können wir auch einfach so in der Welt rumlaufen, das ist das Ding. Wie meinst du? Hä? Einfach nur ausposten oder so. Phasen irgendwie rasieren oder so. Ja, ich dachte mir grad, mir ist es auch eigentlich echt egal. Weil im Endeffekt machen wir genau das gleiche gerade. Nur dann haben wir das ohne Dialog. Ja, ohne Dialog ist halt nice. Einfach wir Spaß haben. Ich mag aber eigentlich den El Tigre, der ist eigentlich cool. Okay. Joa, die Rentner-Gang allgemein ist ganz cool. Ich hätte gesagt, dass wir den passieren und dann reinziehen. Oh, hier sind viele Leute. Ich versuche ein Dach zu finden, um alle zu markieren. Hier gibt's... Ja, hier ist ne Leiter. Hier ist ne Treppe. Jetzt wird sehen. Ich bin gerade fast vor einer Wache hochgeklettert. Hast du ihn? Ja. Ah, du hast innen ne Treppe gehabt, okay. Da drüben steht ne Wache im Balkon. Da unten stehen zwei. Jetzt fehlt noch links irgendwo was. Da muss man immer kurz die Kamera weglegen, damit man sieht, wo man scannen muss. Der ist da bestimmt da unten drin. Ah, da hinten nicht sehen glaube ich. Ah, einen zumindest. Ne, es fehlt noch einer. Ich geh mal hier runter. Ich bin gerade so halb entdeckt. Ich bin jetzt unten und suche. Hier kam gerade einer hoch. Ja, wir wurden irgendwie so halb entdeckt, glaube ich. Ich seh schon. Ja, die rennen alle hier ein bisschen rum. Aber noch hat es, glaube ich, keiner komplett entdeckt, letztlich. Ja, einfach kurz. Wir können ja einfach kurz chillen und dann... verschwinden lassen. Oh! Und dann nicht los. Was? Was ist denn das? ganz entdeckt die zahnärzte aber alles erst einmal sicher das ist noch kein schuss von denen gefallen glaube ich arbeite an einem geschenk für dich ja da ist noch ein BILD jetzt schießen sie auch nicht was ist der letzte? achta ah der hat nen Helm auf hast du ihn? ja nö du hast ihn glaube ich ah das nen Außenposten? nee das war einfach nur ne Story achso Story quest glaube ich einfach instant alle umgezogen was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? es läuft alles wie immer trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg zumindest nicht im Osten von Yara stimmt's Admiralin? das ist kein Krieg ja die Verbrecher von Libertad werden gestoppt sie sind wenige wir sind viele hört ihr das? lieber Tratsch die Frau ist knallhart und meint es ernst und was ist mit der gewalttätigen Bande die man als La Moral kennt? jeder der Yaras Militär angreift oder unsere Wirtschaftsinteressen ist kein wahrer Yaraner meine Strategie dagegen lautet und ich hab bei dieser Strategie ich hab Jahrzehnte Erfahrung ich hab ne Sicherheitsfirma der Osten ist sicher hab ich recht? ja no prio capis por nada und cut bin weg Signor Presidente Admiralin scheuen ihre Stimme zu hören Dürfte ich fragen wie es sein kann dass eine Gruppe Schulkinder in L.S. für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Admiralin Sie... Sie haben Unterstützung von Libertad und den Legenden ich habe ihre Karriere stets interessiert verfolgt wählte sie persönlich aus aber machen sie sich nichts vor es standen erfahrenere qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen Si, Signor Presidente Sie... waren eine Frau in Uniform und nun... könnten Sie die höchstreinigste Frau werden deren Kopf je aufgeschmiest wurde Gracias, Signor Presidente Sie sind nur aus 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 Sie haben neue Bassets genommen Hm Und wieder Schießpulver let's go Ich habe eine M60 bekommen. Vielleicht hilft uns ja die Militärfrau. Die wirkte nicht sehr zufrieden mit dem Politiker. Ja. Wer ist denn schon je zufrieden? Politiker am meisten. True. Fakt. Was wollen wir machen? Ich loot gerade hier die Base. Okay. Ich öffne die Karte. Hier also unten rechts haben wir irgendwie 800 Sachen. Ich will da hin. Andererseits können wir auch einfach das hier machen, das hier und dann auf die Insel. Wir können auch oben diese Satellitenstationen, Rocka, Pekka, ne Pekina haben. Okay, wir machen das Lilane, dann das und dann gehen wir auf nach rechts. Okay. Wir machen so eine Linie. Ja. Let's go. Alles, dieses Lilane sollte die Nebenquest sein, die wir da angenommen haben. Ah, den Eyeliner holen oder das Make-up für den Dude meinst du? Genau. Oder was war? Ich weiß es nicht mehr. Du hast ihm zugehört. Warte, ich geh auf die Quest einfach drüber. Dann steht sie ja bestimmt da. Ich hab keine Ahnung, wo diese Quest ist. Ich seh ihn nicht. Ist die hier? Nö. Hm. Oder warte, kann ich die irgendwie verfolgen? Noch mit Tee? Alles auf eine Karte. Von Petra. Okay. Wolltest du nicht erstmal eine Pistole kaufen? Oh, danke. Chat ist halt Millionen IQ. So, wir gehen wieder zur einzigen Stelle, wo man Pistolen kaufen kann in dem Game. Man kann da nicht mehr schnell hinreisen. Ah, doch, da. Doch, doch, da. Hier. Schnellreise. Danke, Anubis. Warte, warte, warte. Warum muss ich deine bestätigen? Egal. Kann ich mir später eine Desert Eagle mit Schalldämpfer machen? Oh je. Ich sag mir, dass du weißt. Zell. Oh, Luwa-Höhle aufgedeckt. Okay. Händler, Händler, Händler. Ja. Saftspritze. Verfalle in einen Rage, während du der... ...du deine Gesundheit und Geschwindigkeit steigerst und Macheten-Kills auf beliebige Gegner ausführen kannst. Oh, ich wollte es nicht kaufen. Ich wollte es nur angucken. Okay, jetzt habe ich es gekauft. Ja. Ja. Oh, ich habe so viele Pesos-Ursaft. 5.000 einfach. Dann kaufen wir uns mal den normalen Bogen. Den hätte ich gerne. Ich habe halt nur 400 oder so. Ich konnte bei diesem Ubisoft-Connect, konnte ich sowas aktivieren. Ah, das könnte sein, dass ich das aktiviert hatte und deswegen am Anfang diese 6.000 Pesos hatte. Ja. Ah, das wäre halt möglich gewesen. Klingt logisch. Also das will ich alles noch kaufen, aber gerade will ich nur coole Sachen. Oh, zum Beispiel Schuhe, die einfach allgemein Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Klingt gut. Die Assassinen-Schuhe sind aber geiler eigentlich. Ja. Weil die Boosten irgendwie dann schleichen, ist irgendwie viel krasser dieser Effekt, als nur Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. So. So, ich wollte eigentlich gucken, was der kann. Das ist selbe Zeug wie alle Supremos. Kann man aber irgendwie die Fähigkeiten von dir upgraden? Ne. Die Dauer wird verbessert, okay. Was ist das eigentlich für ein Bogen? Macht mehr Schaden an Tieren. Panzer brechend. Und ein Visier. Klingt nett. Was kann ich bei dir machen? Das kann ich nur in der Werkbank dann gucken, okay. Raketenwerfer hast du auch noch nicht, ne? Nope, noch gar nichts. Ich glaube, das Einzige, was wir haben könnten, wären halt Explosivpfeile. Was bisher halbwegs... Schaden an solchen Sachen. 12 Schießpulver einfach. So, ein Schalldämpfer. Das sieht cool aus. Panzerbrechende Munition. Wie gut, es gibt halt auch Explosiv-Munition für Schusswaffen, ne? Ja, aber ich glaube, die Pfeile sind im Endeffekt geil. Ich glaube, diese Explosiv-Munition ist so ein Mini... Mini-Ding. Die Pfeile sind ja fast so Granatengröße, glaube ich, in dem Spiel immer gewesen. Okay, stärkere gezielte Schüsse. So, das ist doch eine schöne Pistole, die ich da jetzt habe. Dann Primärwaffe 1 Bogen. Was kann ich bei dir machen? Springpfeile. Gutes Visier. Und das hier. Ich kann den Skin von dem anderen Bogen da auch drauf machen, wenn ich den gefunden hatte. Dann machen wir den schwarzen Bogen. So. Ja, nice. Ah, ne, warte. Äh, Primärwaffe 2 will ich... Ich meine, das ist Scharfschützengewehr. Genau. Panzerbrechende Munition. Fetter Schalldämpfer. Ich sehe schon langsam das Problem jetzt. Mein Schleswig-Spool war auch leer. Das Visier, was ich bei einer anderen Sniper gekauft habe, kann ich auch bei der anderen drauf machen. Ja, auf denselben Waffen bleibt es irgendwie anscheinend. Ja. Aber bei manchen ist es dann wieder ein bisschen unterschiedlich. Keine Ahnung. Cool, man kann zwei Visiere auf einer Sniper auch drauf machen. Ähm... Ist irgendwas Gutes, was ich brauche? Nö. Kann sie wahrscheinlich nur irgendwie dunkel machen, bestimmt. So, der ägyptische Sniper will ich nicht. So. Irgendwie ein bisschen nervig, wie lange man da in den Menüs dann rumkraxelt. Hä? Ich glaube, mein Spiel crasht auch nicht. Du hättest kurz Angst. Ich brauche nur ein Movimento nach. Boah. Hätt'n da drüber gemalt. Kannst du mir sagen, warum ich so viele Drops bekomme von Twitch? Weil die aktiv sind? I don't know. Die Drops sind einfach nur aktiv. Gibt, glaube ich, aber nur zwei Stück für Farquay. T-Shirt und ein Huhn. Oh Gott, äh, wo müssen wir hin? Warte aus. Ja, es ist irgendwie durch, dass dein Hut erst so spät legt. Meinst du sofort immer da? Nee, bei mir kommt immer dieses Gebiet an und dann taucht es irgendwie erst danach ein bisschen auf. Glaubst du nicht, ich schaffe das allein? Die Leute müssen das gefühlt haben, Teil des Kampfes zu sein. Und die haben Raketenwerfer und anderes geiles Zeug. Denk dran, der Star ist die Mannschaft. Aber ich gewinne lieber... Oh, fuck. Ich hab wieder V gewinnt, 3D11. Schick mir die Leute von der West an den Strand, während du Castillo alleine stammt. Das ist ein Scherz. Erstmal dich aufheben. Ich darf auch deine Superfans zu rekrutieren. Danke. Dann die Dame aufheben. Bist du Petra? Ich brauche jetzt noch 100 von diesem Warenzeug, by the way. Damit ich mir den Giftdruck seit Kaube bin. Ja, wir machen das alles. Ja, wir machen das alles. So. Sind wir hier drin nicht richtig? Da ist Petra. Nein, du musst mit dir reden. Ich hab hier einen Dachboden gefunden. Würdest du das Spiel bisher empfehlen? Wenn du Fuck-Roy 4 und 3... Äh, 4, 3 und 5 mochtest, dann hast du Fuck-Roy 6. Also, dann magst du Fuck-Roy 6, meine ich. Nicht hassen. Du hast es dann einfach. Was richtig, richtig enttäuschend war. Dieses Jahr für mich war einfach Ahagami 2. Das war enttäuschend? Hm. Monado willst du die ganze Zeit mit mir spielen? Weil das war einfach gar nicht wie Teil 1. Einfach nur... Und irgendwie einfach nur alles in Schlechter. Nice. Jetzt hab ich ja mega Bock drauf. Sorry, aber... Ich mein, ihr könnt's ja mal anspielen. Ist hier ja auch da wieder. Aber ja... Das war ja Free im Game Pass mit drin. Aha. Was halt wiederum ganz cool ist. Oh. Bin... Hä? Drenkstoff gestorben? Nicht jetzt. Jetzt der Feuer ist. Jetzt. Oh. Oh, Entschuldigung. Habe ich dich befreit? Spinnst du? Ja. Hä? Aber warum rastet der aus? Ich hab ihn mit der Machete gehauen. Sorry. Aber liegt wenigstens gemütlich. Main-Waffe acquired. Die Pistole mit Schalldämpfer ist eh einfach immer das Beste, wenn man gerne auf Headshots geht. Ja. Vor allem die Visier ist sogar eigentlich ganz cool. Toll. Ja. Die Steuern hat er. Hallo. Was will ich bei dir? Betra sagt, du kannst Hilfe gebrauchen. Es geht um einen Kampfhahn. El Gallo Magnifico. Er ist hier nicht mehr sicher. Die Soldados drohen immer wieder, ihn zu töten. Geh in den Schubmutt, nimm ihn mit. Gib ihm ein sicheres Zuhause. Warte, dass ich gerade zu dem hinten komme. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht zu weit weg von dir ist. So. Ich muss hier gerade einen Kampfhahn retten. Hahn mitnehmen. Eins von 19 gesammelt. Ich habe den Leuten auf der Fingaresse geholfen. Sie sind glücklicher in dem Wissen, dass ihr Hahn... Ja, okay. Danke, Osupt. Ich war ja noch ein Klöner. Sorry. Ich dachte, die 50 Meter gingen noch. Sie sind glücklicher in dem Wissen, dass ihr Hahn... Aber anscheinend war es zu viel. Egal, wir können gleich wieder zurückgehen. Wir liegen ja auf dem Weg, wie die anderen auch. Also, ich freue mich auf dem Weg zu den anderen. Ach, so ist das wohl. Speedrun hier. Ich will nicht ins Wasser gehen. Ich kann ja eh nicht mit denen reden. Soll ich das Kabel lösen. Ich will einfach hinklettern. Ach so. Wo können wir das Kabel nicht einfach durchschießen? Kannst du da was machen? Ja, ich kann es rausziehen. Aber ich bin jetzt, glaube ich, schon tot. Ja. Ich hätte von Anfang an E gedrückt. Ich werde die ganze Zeit geschockt hier oben auf die... Ah, warte, wir müssen... Warte, wir müssen... Ah ja, ich sehe, glaube ich, das Ding. Okay, irgendwas ist falsch. Ja, wir hätten hier einfach das Ventil einmal drehen. Das Ventil drehen? Und was passiert denn? Das Wasser wird abgestellt. Das Wasser wird abgestellt? Ja. Aber... Ach, dann können wir hier drauf stehen dann. Ah. Ah. Aua. Wir gucken nicht nach oben links. Ah, jetzt darf ich endlich. So in 10 Sekunden drücken. Wir brauchen kein Backseat-Gaming vom Spiel. True. Okay. Ein weiterer Bewohner geholfen. Willst du mit? Warte, ich loot hier. Wieso gehst du mal los? Wir brauchen das Zeug, Ursaft. Upgrades. Du brauchst das Zeug. Ich brauche gerade nur Uran. Und diese Frau sieht nicht aus, als ob sie Uran hätte. Krieg sehr viele Hitmarker von dieser Frau. Ist sie da oben tot? Ist das die Frau? Ja. Ah. Hier ist noch irgendwas, was markiert ist. Ah, ein USB-Stick mit einem Song. So. Jetzt bin ich ready. Wo bist du? So, im Boot. Ja, 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 gleich, 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 gleich. Ich drücke Leertaste, ich drücke Leertaste, ich drücke Leertaste. Ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Ich bin drin. Let's go. Mit dem absoluten Speedboot hier unterwegs. Das erste Gebiet. Äh, wir sind unten rechts auf der Map. Hab ich's kaputt gemacht? Oh, hier ist was, da ist was drin. Special. Ja, man kann sich aussuchen, wo man startet. Wir haben unten rechts angefangen. Nee, die Grafik hat sich nicht verschlechtert. Das nennt man Nacht. Ja, aber ich muss sagen, irgendwie ist es echt oft, nee. Weil, was ich ein bisschen schade finde, das ging irgendwie, ich weiß gar nicht, ging es in den anderen Far Cry 2? Nee, ne? Dass man, äh, dass man die Zeit umstellen konnte. Ich glaube, es war nur ein Far Cry 2, ne, wo man noch konnte. Jetzt haben wir ein bisschen direkt hier hoch. Denkst du? Ja. Ich vermute's mal. Ja, aber hier drüben ist auch jemand. Äh. Vor allem, ich kann den Leuten nicht helfen, ich bin zu doof dafür. Die wollen beziehungsweise einfach nicht mit mir reden. Vielleicht muss ich nur einen losbinden. Dieser Hurensohn hat das Feldlazarett von Libertad gefunden, das ich in meinem Haus verberge. Hat er es melden können? Nein, ich glaube nicht. Brauchst du sonst noch etwas? Ich? Nein. Nein. Ich habe Medizin, wenn du etwas brauchst. Du hast mein Leben gerettet. Und wie ich Petra schon sagte, ich helfe der Guerilla so lange, wie ihr Soldados tötet. Jetzt muss ich nur diese Leiche loswerden. Okay, wir haben uns geholfen. Ich musste einen Soldaten abschießen. Ich habe Senior Duarte gerettet. Und einen neugierigen Soldat erledigt, der ihn belastet hat. Haben Sie die versteckte Klinik gefunden, die von der Guerilla belastet wurde? Nein. Warum kann man hier nicht rein? Sehr gut. Wenn die Soldaten aus dieser Klinik finden, werden sie uns alle verhaften. Grrrr. Es ist ganz viel Medizin, die ich mitnehmen darf. So. Hauf nach O-Saft. Habt ihr den Weg gefunden? Das Krokodil habe ich ja. Das kriegt man ja automatisch. Die Katze sammelt Geld. Wichtiger. So. Die Finca Hinojosa braucht meine Hilfe. Okay, ist das? Ich glaube, wir sind es fertig, Geiger. Oder die Frau ist tot. Was bin ich sehend? Guck mal, ein Stream-O-Saft. Der macht halt Business. Parkiert, blockiert. Ich habe ein Geschenk für deine Katze. Der ist einfach in einem Zaun abgeprallt und weggeflogen. Wo ist der? Nach hinten geflogen, irgendwie. Katze. Hä? Ist bei mir einfach verschwunden? Hat sie einfach aufgelöst. Nee, nee, nee. Der ist richtig weit weggeflogen. Woher? Hier so müsste halt liegen. Aber ich sehe auch nichts. Ja. Den Weg lauf ich nicht. So. Let's go. Was ist unser Plan? Mit Petra sprechen. Wo ist Petra? Oh, das wollte ich auch mal ausprobieren. Warte. Äh, gut. Petra soll man wieder? Ja. Aber ich wollte mal mein Auto kurz rufen. Weil ich habe so ein, so ein Flug. Ich habe so ein, nein. Ich will nur fahren. Ähm, ja. Ja, okay. Wenn ich hier stand, ich kann jetzt Autos umwerfen. Okay. Ja, da müssen wir aber erstmal Autos finden, ne? Ja, ich habe ja eben ein Auto gefunden. Aber es fällt vor mir weg. Ist das Ding. Keine Sorge, ich bleibe für dich stehen. Oh, das ist mir golfen. Noch ein Stückchen einschieben. Los. Ja, ja, ich schiebe, ich schiebe. Es raucht halt instant. Aber ich weiß nicht. Bei dem Auto kann es einfach recht viel Schaden machen. Ja. Schieb. Kannst du dich reparieren? Vielleicht fährt es auch gerade einfach nur deswegen nicht. Es war fast ganz, es war fast komplett repariert eigentlich. Okay, also es ist einfach nur... Oh, wir kannst du fahren. Ja. Sagen wir so, die Fahrt hat beim Auto nicht sehr gut getan. Hä? Warum brennt dein Auto? Aua. Hast du gemarscht? Ich bin halt auch... Ich bin halt hinter dir her gefahren. Einmal bitte mitnehmen. Passiert. Petra, wir sind fertig. Hä? Meine Tochter und ihr dämlicher Freund haben sich festnehmen lassen. Einer meiner Helfer war dabei. Warte, warte, warte. Das sind, glaube ich, so wiederholbare Missionen und wir gehen hier weg. Ah, okay. Okay. Okay, das heißt, wir gehen jetzt... Keine Ahnung. Ja, wir gehen jetzt zur Base auf jeden Fall. Weil da gibt es safe, halt dieses radioaktive Material, was ich brauche. Und ich will meinen Giftflammenwerfer ausprobieren. Aber guck mal, der kann auch so Gift verschießen. Das ist eigentlich ganz cool. Ah, dieses rote Gift. Ja. Wo Menschen gefoltert werden. Cool, dass man das als Waffe nehmen kann. Und das halt irgendwie... So irgendwie auslösend, dass die sich gegenseitig angreifen. Aber... Das klingt irgendwie ganz cool. Ja. Wir müssen nur ein Berg hoch. Und ab dann würde ich dir die Gasmaske nahe legen. Er hat einfach Abstand. Wenn ich das... Oder Abstand gibt. Naja, aber jetzt ein Sniper mit Schalldämpfer. Ich suche mir jetzt einfach immer hohe Positionen. Äh, eigentlich geh rein und werd entdeckt. Nee, Usaf ist nicht krank. Der klingt immer so. Oh. Das klingt richtig fies. Ja, die meinen wegen der Mikroqualität wahrscheinlich halt. Äh, so hören sich halt Headset an. Ich verstehe das schon. Toll, Chat. Und so ist auf traurig, wenn ihr euch... Hier. Ja, oben ist ein Greifklaken. Ich sehe hier eine Satellitenstation auf einem Plateau. Da. Aber wie soll ich da rankommen? Ich bin kein Gemeinde, Fernando. Die Soldaten nutzen diese Station, um uns zu belauschen und unsere Verbündeten zu jagen. Oh Gott. Befreie alle, die sie dort gefangen haben. Und der Obere die Station viel getrattet, Dani. Ich hab echt so einen Bogen für dich dabei. Die ist einfach lebt. Aber ich find gut, wie Stealthy wir wieder vorgehen. Wenn neben der Base einfach nur die Explosion zu hören... Ach so, das Explosionspfeil ist dabei. Ja. Ah, es ist irgendwie geschafft, da hochzuklettern? Versuch's. Ja, das ist das Ding, aber... Das ist zu wild, könnte man sagen. Nee. Ich glaub, das wird nix. Du mal, okay, lass einfach auslaufen gehen. Ja. Das Ding der Unmöglichkeit. Was sagt denn die Karte? Ja, irgendwie einmal so im Kreis rum sollte gehen. Mir würdet ihr so einen Far Cry Primal 2 finden. Far Cry Primal war das einzige, was ich nicht durchgespielt hab. Ja, es hat auch keinen Koop gehabt. Oder hat es einen Koop? Nee, es hatte keinen Koop, glaub ich. Das war das nach Far Cry 4, oder? Boah, ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ich weiß gar nicht, wo ist die Karte? Boah, ich weiß gar nicht. Zwischen 4 und 5, ja, scheinbar. Das hier dürfte dich interessieren. das war dann so toll ein paar kreiber also ich glaube das ist das hatte da war ja das wieso komplett auf mehr oder weniger wie die waffen ausgelegt war oder du bist du noch für den kett den enthalten aber da war schon einer aber jetzt ist die frage ich mir stelle was passiert wenn ich jetzt mein giftglas anschlag auf den diot da oben verübe mit dem scharf schützen oder ja hier müsste jetzt anfangen seine kollegen abzuschießen so lange mich nicht sieht das ist jetzt so rot markiert jetzt fängt er an rum zu sprinten ich hab ihn abgeschossen hätte mich fast gesehen ich hab hier so einen unterirdischen tunnel da krieg ich jetzt rein hä ich wurde von soldaten entdeckt nein wir haben den autospielstand geladen und versuchen es nochmal ich hab keine ahnung was passiert ist bei mir stand aber auch du wurdest von soldaten entdeckt während ich in diesem tunnel unterirdisch war ok wir holen uns einen helikopter wir machen irgendwo schnellreise wir können einfach schnellreise zu dem punkt direkt oben machen den punkt oben ja ich hab schon eine anfrage eigentlich geschickt achso annehmen wir sind ja direkt bei einem haus gewesen ja das setting einfach cool das katja placement über das du dich damals auch in einem video aufgeregt hast ich hab mich drüber aufgeregt ich hab mich in dem titel drüber lustig gemacht das weiß ich noch weil ich selber ein parkway primal placement hatte naja ich steig ein so wo müssen wir hin in welche richtung ja da geradeaus ok ach da oben auf dem berg ja das hab ich momentan für waffen einen bogen mit explosionspfeilen eine sniper mit schalldämpfer ein einzelschlussgewehr mit schalldämpfer und eine pistole mit schalldämpfer und danke hugo so ja dann land mal hier ja in der theorie können wir das halt auch ganz wild machen ich weiß nicht ob wir drüber fliegen können kannst du warte wir kommen doch mal rein drüber du kannst halt von oben mit der kamera einfach einfach gucken in der theorie ach so oder um alle aufzudecken meinst du jetzt und so ja so wäre das so mein gedanke gewesen ich kann mich ja einfach hier schickt das schon da ist ein engineer da ist ein engineer ja dann kann ich jetzt auch mal hier so ein bisschen ein bisschen seitlich rumfliegen ich meine so lange wir nicht in diese rote zone gehen sollte es ja fit gehen denke ich oder ja ich glaube ich habe so ziemlich alle markiert ok dann fliegt doch wieder dahin wo wir gestartet waren vorhin ne 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 pack ruhig hier hinter pack ruhig hier hinter weil da ist doch dieser geime eingang da oben da oben da oben da oben da oben auf jeden fall gut aus kannst du den sniper hinter machen gerne ich werde jetzt aber durch den tunnel reingehen wo ich beim letzten mal war hier genau Ah, ich bin wirklich in der Base unter denen jetzt. Okay, die haben irgendeine Leiche gefunden. Ja, die gehen aber nur nachsehen. Weiß gar nicht, ob die dann schon alle abschlagen. Wir haben nur die Scharfschützen bisher ausgeschaltet, oder? Hast du noch jemanden getötet sonst? Ich hab noch keinen gegrillt, ne, ne. Ich wollte nicht wieder, dass es an mir scheitert. Ne, es ist an mir gescheitert. Oder? Ne, ich hab ihn noch schnell genug erschossen tatsächlich. Wofür ist der? Kommt der durch das Fenster hier rein? Okay. Und da ist der letzte? Mhm. Nice. Jetzt ist die Frage, wurden wir entdeckt oder nicht? Wo steht das dann? Ich glaub, du kriegst am Ende eigentlich so ne Cuts, also ich hatte am Ende so ne Cutscene einfach bekommen, wo dann oben irgendwas stand mit dies, das, Ananas, unentdeckt. Erobert. Kein Alarm ausgelöst. Bonus ressourcen. Aber wurden entdeckt dann. Ja, mich hat, mich hat, mich hat, mich hat einer gesehen, den hatte ich erschossen. Aha. Naja. Wo ist mein Interface? Ah, da ist es. Oh, wir haben sogar einen Shop, oder? Jupp. Ja. Ja. Was kannst du mir sagen? Hola. Wir werden heute die Armee überfallen. Kämpfe mit uns und wir zeigen Ihnen, was für Guerrieros El Este zu bieten hat. Grazie, grazie. Ja, aber schade, dass der eine mich gesehen hatte. War wenigstens kein Alarmbonus. Haben wir hier schon den Schlüssel gefunden? Ah ja. Proko-Kiste. Special Weapon. Der Hybis. Oh. 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 Äh. Hey Zimmer, nimmst du die Videos, die Tonspur des Mikrofonds separat auf, oder direkt über OBS? Äh, in OBS kann man einzelne Tonspuren einstellen. Und dann habe ich die im Videoprogramm einzeln. Ganz easy. Ich meine es ernst. Hallo, wie geht's? Ich komme euch in Parkreihe aus der Third Person raus. Äh, in den Dorf ist man automatisch Third Person. Das fand ich auch sehr merkwürdig. So, Frage. Ja. Wo kriegen wir jetzt dieses radioaktive, diesen radioaktiven Juice her? Inwiefern? Ach so, war hier keiner? Nö. Nö, irgendwie nö. Bei den, bei den äh, Dingern. Den, Abschuss, Luftabwehrdingern, da war immer 50 davon. Okay. Ja, wollen wir dann erstmal kurz nach rechts gucken, was wir jetzt auf diese kleine Mini-Insel gehen, die wir vorhin einmal hin wollten. Wenn, wobei, da ist auch glaube ich, das ist gar kein Sperrgebiet, ne? Ja, aber da ist ja, da ist ja ein Flugabwehrding in die Richtung. Wir wollen ja die Küste einfach entlang und die ganzen Dinger mitnehmen. Okay. Gehen wir unten einfach... Ja. Du kannst einsteigen oder du kannst selber ein Flugzeug nehmen. Hast du Flugzeug? Hier ist doch ein Flugzeugrufding. Oh. Komm. Let's go. Wie springt man damit? Äh, Kuh, glaub ich. Oh Gott. Ich verstehe, was du mit Rumbaggen meintest. So, da ist ein Hinterhalt. Da helfen wir our peoples. Oh. Wir sind da. Nice. Okay, also aus dem Fahrzeug will man eher rausspringen anstatt zu landen. Jep. Ja, oder ich weiß nicht, hast du das Ding in der Luft wieder zugemacht, oder? Ja. Ah. Vielleicht musst du mit dem Ding offen irgendwie landen, oder so. Oh, ich bin Fahrzeug-Trofis. Ich probier's auch mal. Ich hab aber der Hinterhalt ist nicht mehr markiert. Ja. Schade. Ja, vielleicht musst du echt richtig landen mit dem Ding. Ich bin falsch, meinst du? Oh, fuck. Ich bin... Ich hab den Sitz gewechselt. Ja, hallo, hör auf hochzuziehen, du kack Ding. Ich hab aber gerade nach unten gelenkt, auf einmal zieht's wieder Richtung Himmel. Aber du hast, du hast gerade auch wieder Q gedrückt, oder? Sobald du Q drückst, explodiert das Auto irgendwie, sobald du in der Luft warst. Ja, ja, aber ich will ja einfach nur landen. Was soll ich machen, wenn es denn automatisch hochzieht? Ich muss ja, glaub ich, ganz nah am Boden einfach Q drücken, oder so. Versuch nochmal drei. Ich hab ja auch unten ne Anzeige, wie schnell man fahren muss, bevor es abheben kann. Echt? Ja. Auf'm Lenkrad. Ah, true. Das ist ein Teil. Okay, das ist cool. Sonst, ich wollte einfach auf der geraden Straße landen. Ich hab's jetzt schon extra so... So, ich bremse jetzt einfach komplett. Ich bin gelandet. Ich bin explodiert beim Landen. Yo, hallo, da sind wir. Ja, das ist irgendein Konvoi und den überfallen wir jetzt. Das ist auch so ne Nachschubkiste. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber... Die gewinne ich. Ich hab' okay, ich hab' okay. Ich hab' okay. Hier rennen auf jeden Fall brennende Wildkatzen rum. Hinterhalt abgeschlossen, ne? Ja. Oh, hier hängt ein Dio. Das ist gut. Jo. Neue Waffen und Ausrüstung bei Juans Waffenhändlern. Ja, passt der Rang 6. Hab' ich bekommen. Da fehlt noch ein bisschen. Halt die so eine Kiste. Ah, hier. Kommt man hier. Ah, okay. Man musste da gar nicht rein. Cockpit-Deko, ein Hut. Okay, wo ist unser Ziel jetzt? Ich markier's. Markier mal irgendwas. Die Straßensperre hinter uns. Okay, wo ist unser Ziel jetzt? Hä? Okay, ich bin anscheinend zu hart gecrayed. Wo ist unser Ziel? Wo ist unser Ziel? Let's go. 600 Meter. Oh. Wo? Dass der mich überfährt, ist überraschend. Aber der LKW hinter dir, was macht der denn? Was macht der denn? Was macht der denn? Ich glaube, es gibt auch Panzer im Spiel irgendwie, ne? Kommt bestimmt noch, ja. Ja. Nö, die gab's auf der ersten Insel. Ich weiß nicht, ob man die sich komplett zieht. Hä? Was war das denn jetzt? Ja, Ahnung, sind schon weg. Der Straß hat aber auch mich gefängt. Wollte ich aufhalten. Das hier ist schon ein Dorf, das haben wir schon gemacht. War das in der Kiste? Oh, okay. Dann haben wir's nicht gemacht. Oh, ich hab mich selber überfahren. Weil ich die Handbremse nicht angezogen hab. Wo? Hier ist es gefährlich. Oh, du nix. OMG. Let's go. Ist das jetzt hier schon wieder? Ich glaub, ein Flugzeug greift uns an. Bei, oh! Bei Far Cry 5 gab's doch auch die ganze Zeit Flugzeuge, die einen angegriffen haben. Die waren ja richtig schrecklich. Ich erinnere mich. Um Gottes Willen. Ist das ein Legendary Dude? Nee. Wir haben den Heli. Ja. Ich ziehe zu langsam. Finde besser. Irgendwas bombardiert uns halt immer. Aua. Haben wir jetzt kein Fahrzeug mehr? Nö, nicht wirklich. Okay. Schwimmt da unten einer? So, ich hab keinen. Ich brauch ne Karre. Nein. Was? Ich hab die noch richtig mitgeschoben. Ich wollte doch meine Gun ausprobieren. Meine Gas-Gun. Zeit zum Schleichen. Für den Außenposten aus. Ich glaub bei den Außenposten. Also bei den Straßensperren muss man nicht mehr schleichen. Das ist wohl... Wollen wir? Warte mal. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Irgendwo stand doch Rang 7. Rang 7, Rang 8. Ach, Rang 7 und Rang 8 sind schon die höchsten Gebiete. Wollen wir in diese Ultrastadt da oben reingehen, wo der Boss anscheinend sitzt? Nach Esperenza, Rang 8. Ja. Jo. Waisenhaus. Ah, wir können da sogar schneller hinreisen. Wir können da gleich in die City gehen und gucken, ob wir da irgendwelchen Loot finden oder so, ja. Ah, dann machen wir kurz was. Haben die dich entdeckt schon? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich mach... Ah ja, aber guck mal. Die sind jetzt rot. Die sterben nicht mehr durch Headshots. Das macht's halt mega schwer. Aber ne Sniper sollte die doch trotzdem töten, oder? Da kommt die Rauchwolke. Äh, warum ist mein Interview so... Oder haben die alle Gasmasken an? Hallo? Achso, ich tippe. Mach was. Ja, okay. Der eine ist jetzt... Ja, die sind am Husten. Die sind so rot markiert. Ah ja, jetzt kämpfen sie. Besser so. Okay, das find ich funny. Die eine mit dem Pferd reitet einfach rein. Und wird vom Pferd noch übertrampelt. Okay. So. Will jemand nochmal... In der Dosis gehen? Der eine ist in ein Auto gestiegen. Ja, aber der ist wütend. Das heißt, der fährt jetzt Amok, oder? Er ist... Ich hab ihn getroffen. Der andere will hier ans Geschütz, glaub ich. Aber er hat mich gesehen. Und der in seinem LKW auch. Oh, hab ich... Hab ich ihn gekämpft, doch. Das ist ein Verbündeter. Ja, meinetwegen wir jetzt auch das Plakat. Hier ist auch bestimmt wie so ein Plakat oder so was. Ach so, ich vergesse mal, dass es so simpel ist. Hey, ich mach ein Plakat kaputt und dann hast du den Punkt angenommen. Ja. Ja, okay. Gegner und mach das Plakat kaputt. Ja, sind's komplex, weil es halt zwei Punkte, die die abarbeiten müssen. Kann man das auch schnell machen? Aber die lösen keinen Alarm aus, wenn die vergehen. Also keinen... Alarm aus. Das heißt, vermutlich wurden die Freunde echt entdeckt. Aber ich glaub, mit dem Gift kann man dann tatsächlich schleichen. Trotzdem. Äh... Ich glaub, das ist ja kein Außenposten hier. Das ist ja nur eine Straßensperre. Ja, aber hier war ja auch ein Alarmknopf. War hier okay? Ja, hier, das... Diese... Und der war nicht kaputt eigentlich. Ja. Das heißt, das Ding ist doch nicht so ganz useless. So, und jetzt Außenposten. Oh, warte, wobei, wollen wir grad die Flak hier noch rechts machen? Ja, deswegen bin ich ja hier lang. Okay. Was weißt du? Danni, wir haben einen Schiffskonvoi-Effekt, der am Flugplatz an der Ostküste von Lachoyer vorbeikommt. Die Armee zählt auf die Vorräte. Genau wie wir. Hey, danke. Dir geht's so. So. Ich scanne mal ein Quad. Freigeschaltet. Wie die jetzt hier nicht mehr durchfahren können und aufgehalten werden. Cool. Hihi. Let's go. Da ist ein Ausrufezeichen. Ich muss das kurz holen. Ja, ich krieg das, glaube ich, eh nicht. Das ist doch, weil das ein Dude ist bestimmt, der mit dir reden will, oder? Ja, aber der markiert mir Kisten und so auf der Map. Ja. Geht die ja nicht. Also den... Oh, ich kann das Boot nehmen. Vorräte fallen vom Himmel, Dani. Und wir wollen sie haben. Sei zuerst da und schnapp sie, bevor dir das Militär zuvor kommt. Danke. Äh, der sagt mir, wo so'n Airdrop kommt. Oh. Im Norden ist das. Hört mal markiert dann. Aber wir können erst das Luftabwehr-Ding machen, damit du mehr Punkte kriegst. Jo. Ja, also mit der Sniper kann ich die Schamme trotzdem one-shotten. Ist einfach gut zum Gleichen. Okay, das ist geil. Ja, Melee geht vermutlich auch immer noch, ne? Jo. Oh, das sind vielleicht nur die großen Gegner, die man nicht one-shotten kann, denn mit Headshots. Ich hoffe, die großen Gegner kommen wieder erst so story-relevant ins Spiel. Und vorher sind die einfach nirgendwo. Also die goldenen halt, ne? Ja. Ja, es gab ja so Gepanzerte in Far Cry 4 und so. Ja, die gab's aber hier auch schon. Aber die sind nicht so schlimm. Also die waren, ich glaube mit Far Cry 5 waren die tausendmal schlimmer bisher. Ja. Ja, der Bogen ist halt wesentlich angenehmer als selber Explosion dabei zu haben. Hier. Bei dir ist ein Uran. Ja. Bei dir ist dein Uran. Da ist er. Da geh ich einfach nur komplett für den Gift-Gas, Dude. Kleiner Schuss, Dankeschön und hallo krasser Lollo. Was ist denn da oben? Pipeline-Snuffler. Äh, ah ja. Morpett hat sich gefangen. Irgendwie kommt es ja vor, fühlt es sich so an, als würde es irgendwie so ein bisschen fliegen, das Moppet. Das ist geworden. Oh, guck mal, ein cooles Flugzeug. Oh, das können wir ja abgeben in der Theorie, ne? Ja, aber wir können auch einfach fliegen. Können sie auch einfach fliegen, ne? Flieg mal. Naja, wobei so geil ist es halt auch, weil es nur nach hinten schießen kann. Wir sind halt in der Luft-Abwehrzone. Sind wir? Jupp. Die Guerrieros scheinen Verstärkung zu brauchen. Ah, aber die haben keinen... Ah, das wäre ein Hinterhalt gewesen, wo wir gerade waren. Egal. Erstmal hier hin. Ah, die Flugabwehr? Nö, doch nicht. Kastellos Spezialeinheiten ja irgendwie. Kämpfe dich oder lauf weg? Also... Wir springen raus. Wir springen raus. Wir springen raus. Wir springen raus. Ach, wir haben einfach nur höchste Alarm bereit, Chef. Nein, ich treff nicht. Ich glaube, das ist einfach nur, dass wir auch mit geholsterten Waffen immer angegriffen werden von denen. Ja, da kommt aber auch ein Helikopter. War da doch. Nice. Gang 6. Weil du die ganze Zeit einen Wheelie machst? Ach, habe ich die ganze Zeit Shift gedrückt? Oh. Oh. Upsi. Ich dachte aber, ich habe eigentlich nichts gedrückt. Der Nachschub für Konzeption soll in der Nähe der Docks ankommen. Verstanden. Wir sorgen dafür, dass unser Team ist vor den Fischern erreicht. Oh, Schalter. Hallo? Hallo? Ja, der zu dir. Warum haben wir einen Timer? Fang die Lieferung ab in einer Minute? Fahr los, Oser. Fahr los, ich nehme das Auto von denen. So. So. Ich hoffe, der wäre schon. Yo, ich drück halt schon seit sieben Minuten nach vorne auf jetzt. Ich finde keinem nicht zu weit von meinem Partner. Moin Zombie. Oh, bist du denn zu mir teleportiert? Kein Plan. Wäre auch so rum schneller gewesen. Vielleicht werde ich lassen. Oh, ich bin tot. Okay. Heimlich. Ja, ich will auf jeden Fall zum Geschütze, nicht zu meinem Sitz. Yo, die machen halt so viel Schaden. Ja, ihr seid doch auf dem Meer. Ihr trefft mich doch gar nicht mehr. Danke. Oh, jetzt muss ich mein Auto reparieren. 30 Sekunden, okay. Ich renne. Das ist da vorne auf dem Steg. Kann ich denn durch finden? Ja, kann ich aber... Kann mich auch auf, wenn ich tot bin. Achso, okay. Ich komme noch nie im Leben in 20 Sekunden hin. Ja, ich wollte die sieben Minuten Animation machen auf jeden Fall. Mua. Ja, cool. Ja, cool. Jetzt stehe ich in 10 Feinden drin. Danke. Da ist irgendwie noch ein E-Symbol drauf, aber... Schlüsselkarte für Pumpstation 4. Ja, weil hier wieder eine Kiste ist, glaube ich, kommen wir jetzt hier unten rein. Oh, hier eigentlich noch ein Questmarker. Ja, wahrscheinlich, weil es... ... 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